Willkommen Leute zu einer weiteren Folge der Generationenlog 2023 und wir befinden uns mittlerweile in Part 3. Ich bedanke mich nochmal für den Support für die ersten beiden Folgen, das Ganze kommt ja wirklich heftig an bisher und ich bin sehr gespannt, wie euch die heutige Folge gefallen wird. Denn ab diesem Part hier wird natürlich einiges nochmal schwieriger und ich kann definitiv sagen, da waren krasse Highlights dabei. Für die allerdings, die nicht ganz mitbekommen haben, wie das Ganze funktioniert, hier nochmal kurz die Erklärung. Ich wollte praktisch eine ultimative Nazlock durchspielen durch das gesamte Franchise, also vom Pokémon Gelb bis Pokémon Kamesin, durch insgesamt 15 Pokémon Spiele durch, auch durch die ganzen Remakes. Das Ganze war der schwierigste Run, den ich jemals probiert habe bei weitem und auch mit gigantischem Abstand mein erfolgreichstes Switch Projekt, was ich jemals live gestreamt habe. Es gab hier unglaublich viele spannende Momente und ich habe mir auch noch etliche Zusatzregeln auferlegt, um jede Generation so schwer zu machen wie möglich. Und sobald ich halt irgendwo down gegangen bin, vollkommen egal bei welchem Kampf, musste ich komplett wieder bei Spiel 1 anfangen und das gesamte Projekt lief über Wochen und Monate und ich habe da hunderte und aber hunderte Stunden reingesteckt und dann noch diese Videoserie produziert. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem dritten Part und wir beginnen natürlich, wo wir aufgehört haben, bei Pokémon Platin. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch im ersten Versuch der Genlog, hatte aber bereits 12 Tode. Nicht wirklich wenig, aber ich denke, es war keine schlechte Bilanz. Wir beginnen also mit dieser Folge hier, mit den Nintendo DS-Spielen von Pokémon und dort wird der Schwierigkeitsgrad nochmal deutlich anziehen und Pokémon wie Dialga, Palkia oder Giratina machen den Randomizer natürlich nicht angenehmer. Um mir aber auch die vierte Generation mal wieder so gut wie möglich zur Hölle zu machen, habe ich auch dort mal wieder einige Pokémon verboten, die ich dann auch wieder in der gesamten Genlog nicht spielen durfte. Und das waren dieses Mal folgende. Ich habe zunächst mal Magneson verboten, was denke ich klar war, da ich ja bereits Magneton Upgen 2 verboten hatte, sobald es Elektrostahl wurde. Ja und Magneson ist halt noch viel heftiger mit noch besseren Basiswerten und es würde den halben Run alleine spielen. Ich habe mir aber auch noch drei weitere Stahl-Pokémon verboten und zwar Voluminas, Bolterus und Bronzong. Und die sind zwar alle ziemlich passiv, also die machen jetzt nicht wirklich krass viel Schaden oder so, es sind aber alles defensive Boll-Werke, mit denen die KI mal wieder nicht so gut klarkommt, vor allem wenn ihr nicht switchen könnt. Und deswegen habe ich von denen Abstand genommen, ich habe also in der vierten Generation, was die Defensive angeht, durch den Randomizer nicht wirklich viel dazu gewonnen. Aber wie es mir daraufhin in Pokémon Platin ergangen ist, dazu kommen wir jetzt. In Pokémon Platin hatte ich zunächst mal eine sehr frustrierende Starterwahl. Ich hatte hier Pachterizo zur Auswahl, Bronzong und Knacklion. Also ein verbotenes Pokémon, ein furchtbares Pokémon und eine kleine Basisform. Ich habe mich aber für Knacklion entschieden, weil das zumindest später auf Level 45 zu die Beldra werden könnte und das ist zwar nicht unbedingt das Drache-Boden-Pokémon, was man in der vierten Generation im Randomizer finden möchte, es wäre aber zumindest halb so gut. Aber hey, vielleicht kommt Knacklion ja noch später. Eine große Besonderheit von Pokémon Platin ist allerdings, dass das Early-Game erstaunlich angenehm ist und auch ziemlich lang. Und so kam es erstmal zu einem Berry-Fight, der dieses Mal einen Wonaira hatte, was ich ohne Probleme schlagen konnte und dann habe ich von Professor Eibe in der zweiten Stadt einfach sofort die TM Return bekommen, also Rückkehr zu deutsch und das ist eine Normalattacke mit bis zu 102er Basisstärke bei maximaler Zuneigung zum Pokémon. Und das kann man praktisch überall theoretisch draufpacken, es war aber natürlich in der vierten Generation noch keine Endlos-TM. Wir werden aber diese Attacke noch einige Male in der Gen-Log sehen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, noch ein paar Infos in eigener Sache und zwar habe ich jetzt was sehr cooles anzukündigen. Und zwar startet ab heute mal wieder, dem 15. Dezember, ein neuer XXL-Stream. Ich bin jeden Tag mal wieder von 13 bis 23 Uhr live, auch auf YouTube tatsächlich, weil ich darf mittlerweile meine Streams restreamen und wir haben einige Tests gemacht und es scheint prima zu funktionieren, also werde ich das natürlich auch tun. Es ist allerdings kein normaler XXL-Stream, sondern wir werden permanent Ultra-Hardcore-Naslooks durchspielen und zwar zunächst mal 10 Stück praktisch auf einmal in einem Bounty-Konzept, also Kopfgelder. Ich werde jetzt ein Video aufnehmen, kurz hier nach und ihr könnt es per Command im Twitch-Chat oder YouTube-Chat aufrufen und dort werde ich 10 komplexe Challenge-Rons erklären, die wir halt im Loop immer wieder durchspielen werden. Und wenn ich die 10 Challenges alle durchprobiert habe, fangen wir vorne mit der ersten wieder an, bis die praktisch alle geschafft sind. Und wenn diese Ultra-Hardcore-Naslogs geschafft werden, bekommt ihr ein bisschen Bonus-Spin-Zeit. Das Ganze ist ein etwas komplexeres Konzept, aber ich finde es eigentlich mega cool und wir können so wirklich Naslogs durchspielen, die dermaßen hart sind, dass sie vermutlich mehrfach scheitern werden. Ich werde mich komplett knechten mit diesen Challenges, aber seid einfach gespannt. Wie gesagt, jeden Tag von 13 bis 23 Uhr bin ich live, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, also kommt gerne rein. Jetzt aber würde ich sagen, weiter mit dem Video. Dadurch, dass es aber eine ganze Weile dauert, bis man zu richtigen Boss-Fights kommt im Platin, konnte ich dann rund um Jubelstadt und so weiter extrem viele Encountern, um mir sofort ein großes Team zu bauen. Und ich habe dann all das hier gefunden. Und da war natürlich eine ganze Menge Blödsinn dabei, keine Frage. Und auch Nebulak war ein bisschen ärgerlich, weil ich mir dadurch Gengar theoretisch versaut habe. Es war aber zumindest Lampi dabei, was später zu Landtouren werden könnte, wie gesagt eines der besten Outs gegen beispielsweise Kyogre, eins der gefährlichsten Pokémon im Randomizer und halt auch ein Kapaloris, mit dem man ebenfalls solche Legis sehr gut outen kann. Zwei meiner Lieblingswasser-Pokémon für Naslogs generell und Kapaloris war sogar direkt hier einfach voll entwickelt. Das war also wirklich nicht übel. Und ebenfalls ganz gut für den Anfang war halt Sazenia, einfach weil es schon ein Moveset hatte. Aber ganz ehrlich Leute, das war es halt noch nicht mal. Nachdem man dann rechts von Jubelstadt seinen Rivalen nochmal besiegt hat, wo er nur zwei Pokémon spielt, also das ist kein wirklicher Boss-Gegner, darf man nochmals vier weitere Pokémon-Entcountern, bevor man dann endlich zum ersten Orden muss. Leider habe ich aber dann bei der Encounterwelle praktisch nur Blödsinn gefunden und das einzige ganz nette war es Nubilicat mit Technica, aber da gibt es auch wirklich Besseres. Insgesamt war mein Anfangsteam also nicht wirklich heftig oder so, ich hatte aber bei weitem genug Encounter, um Pferdern gegen Veit anzutreten und das war dann der erste Arenaleiter in Erzeling, der auch schon drei Pokémon gespielt hat. Ich hatte mich dagegen entschieden, Snubilicat Rückkehr zu geben und Veit hat mit Alabus geleadet. Ich konnte aber dort Mogelheap einsetzen mit Technica und es erstaunlich gut vorbelasten und dann konnte ich rüberwechseln in Sazenia, und es einfach über eine sehr effektive Pflanzenattacke killen. Insgesamt war der Kampf aber auch nicht wirklich schwierig. Es kam dann auch ein Mantirps rein, was mich mit Superschall verwirren konnte, da das natürlich bei der KI einfach immer trifft, ich bin aber dann einfach zurückgewechselt auf Snubilicat, um nochmal Mogelheap zu drücken und dann hat Veit sogar einen Trank verschwendet. Und das letzte Pokémon war dann nur ein Visenior, was ich nicht wirklich wehren konnte. Ich hatte also endlich mal in der Gen-Blog ein wirklich angenehmes Early-Game, könnte man sagen. Ich muss aber hier dazu erwähnen, dass es erstens ziemlich normal ist für Pokémon Platin, wie gesagt, wegen den ganzen Encountern und das halt Gen 4 trotzdem später deutlich härter wird als Gen 3 oder so. Aber ich denke, das ist auch jedem klar. Als ich aber dann wieder Encountern wollte, nach der ersten Arena, war die Ausbeute mal wieder ziemlich durchwachsen. Denn ich habe dann zunächst mal Morabel gefunden und Wadribbi, und ja, Morabel wird später zu Sumpex, das wahrscheinlich beste Wasser-Boden-Pokémon, das ist ziemlich gut. Allerdings passiert es halt auch mal wieder, erst im gehobenen 30er-Bereich, also musste ich darauf noch eine Ewigkeit warten. Und dann konnte ich zwar Commander Mars ziemlich einfach besiegen, weil die halt im Randomizer nur 2 Pokémon spielt, also das ist nicht wirklich ein Bossgegner. Aber bei der nächsten Encounterwelle, wo ich dann 4 Pokémon fangen durfte, habe ich auch nichts Gutes gefunden. Denn ihr könnt es euch vielleicht schon denken an dem Punkt, dass Galagladi, was ich gefunden hatte, ist natürlich geflüchtet mit Teleport und eben nicht im Ball geblieben. Der Encounter-Fluch der Gen-Dog ging also weiter bis in die 4. Generation und das ist schon ein bisschen hart gewesen. Ich musste also dann mit nicht allzu vielen Buffs gegen Silvana antreten und das ist halt ebenfalls keine so schwache Arena-Leiterin. Ich habe aber dann kurz vor der Arena hier zumindest Nobiligkeit Rückkehr gegeben, um mein Team halt ein bisschen zu waffen und ich denke, das war auch eine gute Idee. Was aber dann passiert ist, war ein bisschen unerwartet. Denn ich konnte zwar zunächst mal ohne Probleme in Krebskorbe siegen, aber dann kam Wohingenau rein. Eines der unfairsten Pokémon für Nuzlocke generell, ich konnte es aber in dem Fall outen, weil ich halt Kreideschrei gespielt hatte, um die gegnerische Defense zu senken. Ihr müsst wissen, bei Wohingenau kann man nicht auswechseln und das Ding stammt Konterattacken und Abgangsbund. Wenn man dort Pech haben sollte und es kommt rein beispielsweise random in der Pokémon-Liga und man hat keine Statusattacke auf seinem Pokémon, stirbt meistens irgendwas weg. Und das kann stellenweise ganze Nuzlocke zerstören, aber in dem Fall hat es mal keinen Tod gefordert. Und danach konnte ich mich sogar noch einem weiteren Pokémon rächen, denn sie hat dann auch noch in Korazon gespielt, was dann dieses Mal kein Spiegel Cape hatte. Also danke dafür. Erschreckenderweise ist aber das Tutorial von Pokémon Platin dann immer noch nicht ganz zu Ende, denn man kann dann noch ein weiteres Pokémon einfangen in der Finstervilla und das war in dem Fall Evoli, was sehr viele coole Möglichkeiten geboten hat, wie beispielsweise Aquana oder auch nach Tara als Entwicklung, das ist beides sehr spielstark und dann geht es weiter zu Commander Jupiter. Und die hat ähnlich wie Commander Mars auch nur zwei Pokémon und ist einfach kein richtiger Bossgegner. Das Spiel lässt sich zu Beginn ein bisschen zu viel Zeit, bevor es wirklich spannend wird, aber keine Sorge Leute, gleich ist es soweit. Bevor es aber soweit war, habe ich dann nochmal drei Pokémon fangen dürfen und das waren dann einfach Krippuk, Elomise und Dragoran und die sind ernsthaft im Ball geblieben. Und das war's doch nicht mal. Krippuk ist ein extrem gutes Geist-Pokémon, keine Frage und es hat drei Immunitäten, mega cool, aber Dragoran war noch heftiger, als ihr es vielleicht erwarten würdet. Denn tatsächlich ist es möglich, bereits vor der dritten Arena die TM für Erdbeben zu bekommen, einmalig in der bizarren Höhle. Das muss man natürlich wissen, aber mir war das bekannt. Das konnte ich also sofort auf Dragoran draufklatschen und es war damit Abstand ein bestes Pokémon. Und man müsste erwarten, dass daraufhin dann dieser Run hier praktisch ein Selbstdolfer war, aber das war nicht so. Denn es ging dann weiter mit der Arena von Lamina in Herzhofen und die war deutlich anspruchsvoller als alles zuvor in Platin. Lamina ist die nächste mit einem Kindwurm. Also mein Drache, den finde ich besser. Wir machen sofort Erdbeben. Gar keine Gnade. Warum bekommt man hier im Early-Game Erdbeben? Silberblick? Okay, da habe ich nicht ganz vergessen. Jetzt wird sie aber einen Trank benutzen auf ihr vermutlich schlechtestes Pokémon. Das ist sehr schön. Ich predikte, dass wir in unserer zweiten Runde in Einall zerschellen und dann ins Gulag gehen werden. Schwarz 2 im Hürdenmodus. Das kann gut sein. Hürdenmodus ist schon ziemlich hart. Der Quid war unnötig. Octillery. Ganz doll aufpassen. Das Ding hat nämlich Omega Coverage und dementsprechend Aurora Strahl, der uns One-Shotten würde. Wir gehen hier würde ich sagen in Waters. Oh ja, der hätte Dagoran einfach so umgebracht. Wir dürfen uns mit Dagoran auch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Mega Drain. Wenn sie nochmal Tränke benutzen, dann auf jeden Fall jetzt. Psybeam. Ja, da ist der super Trank. Perfekt. Jetzt immer wieder heftig, dass man Erdbeben bekommt vor der dritten Arena. Zwar nur einmal, aber trotzdem. Kann er reichen. Und ihr letztes Pokémon ist ein Celebi. Ui. Alter, das könnte mit Egelsamen und Genesung gefühlt unsterblich sein. Es könnte passieren, dass wir Cynthia einwechseln in Zauberblatt. Sehr viel Schaden nehmen. Dann schwächen wir es erfolgreich vor. Mit Cynthia müssen dann aber auswechseln. Macht Recover und jeglicher Progress ist verloren und unser Out ist schon fast tot. Das Problem ist, Saxenia ist komplett verloren und Wallace macht auch überhaupt keinen Schaden. Oder ich opfer Hugo, gehe in Olivia, opfer Olivia und gehen Cynthia. Dann würde ich zwei Pokémon verlieren, die ich eh nicht mehr spielen will und würde safe gewinnen. Weil nicht, dass wir in Cynthia gehen, es kommt Zauberblatt und irgendwie, ich kann es nicht mehr umbringen. Ja, schade. Hugo ist tot. Es macht leider zu viel Sinn, ihn hier zu opfern. Ja, es kam ein Zauberblatt. Wir hätten niemals den Krüppruck wechseln dürfen. Das wäre eine Katastrophe geworden. Potenziell. Windstoß sehr effektiv. Komm, werde ich. Er bringt die Aquavellenverwirrung schon mehr. Da ist der Tod im Platin. Er musste irgendwann kommen. Ist okay. Olivia kommt. Und dann müssen wir jetzt abwägen, ob wir mit Olivia für Kill gehen wollen mit Biss oder ob wir Olivia auch opfern. Olivia hätte ich halt genauso wenig Safe einwechseln können in Zauberblatt. Das wäre dasselbe Problem gewesen. Gehe ich für Biss? Ich denke, ich gehe für Biss, weil ich auch speede. Gleich ist das? Ne, dachte ich mir. Zwar ein bisschen riskant, weil jetzt fehlt mir ein Screech. Aber der hält sich auch nicht mehr viel. Ne, ist eigentlich okay. Ist okay. Ja, das Opfer war ziemlich klug. Wunderschön. Ja, aber krass. Celebi ist schon stark mit Recover und so. Celebi war hier schon ein anstrengender Gegner, muss ich sagen. Ich meine, 600er Basiswertsumme kann sich halt einfach sehen lassen. Und ich denke, das Opfer von Dominion war hier auch ziemlich sinnvoll. Und damit hatte ich jetzt auch schon meinen ersten Tod im Platin. Aber ob es der letzte sein wird, naja, das habe ich so ein bisschen bezweifelt. Und an dem Punkt hatte ich Herzofen noch nicht mal durchgespielt, denn ich musste dann auch noch gegen meinen Rivalen antreten, bevor ich neue Pokémon encountern durfte. Und er hat dann schon insgesamt 4 Pokémon gespielt. Also die Teams werden jetzt auch immer größer. Und ich dachte dann wieder, dass ich über Dragoran jetzt eigentlich eine gute Zeit haben sollte, weil halt Erdbeben schon wirklich ein sehr guter Move ist für so früh im Spiel und ich konnte auch zunächst mal easy in Shiggy killen, aber dann kann man als zweites einfach Regi Ice rein, ein Hard Counter für Dragoran. Und er hatte verschiedene Level 1 Moves, also wusste ich nicht so ganz, ob der neben Ice Coverage auch Explosionen kann und ich wollte dann erstmal panisch rüber wechseln aufs Nobilicat, um nach Mogelhieb über Kreideschrei die Verteidigung von Regi Ice zu senken, weil es sehr tanky ist. Allerdings hat Regi Ice die Fähigkeit Neutral Torso und es war kein Immun dagegen, das habe ich nicht bedacht. Aber gut, ich konnte über Rückkehr dann trotzdem Regi Ice ein bisschen vorbelasten und dann bin ich rüber gewechselt auf Enteron, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen, ich wusste aber, wenn das Pokémon im roten Bereich landen sollte und es hat tatsächlich Explosionen, dann muss ich vorsichtig sein. Und dann habe ich mich am Ende dazu entschlossen, den Range Kill nicht zu riskieren und den Kryppok zu wechseln, als er Immun wäre gegen Explosionen und dann halt so den Kill zu setzen. Weil ich wusste, wegen Fluch von Regi Ice konnte Kryppok in dem Fall sogar outspeeden. Der Kampf ging aber dann auch lustig weiter. Der Rivale hat dann noch SnobiliCat eingewechselt, er hat also auch eins gespielt und das hat dann ebenfalls Kreideschrei verwendet und ich bin dann immer hin und her gewechselt zwischen Draguran und Enteron, um keine krassen Kritz oder so zu riskieren, ich meine warum sollte ich, bis halt einfach Kreideschrei irgendwann gemisst hat. Und dann konnte ich halt irgendwann SnobiliCat besiegen und auch noch sein kleines Mankey. Und somit kommen wir jetzt zu einer weiteren Encounterwelle Richtung Schleiede und dort war dann wieder einiges Gutes dabei. Klar so Pokémon wie Zirpeise oder Saganabuz haben mich jetzt nicht gefreut, aber Glutexo kann man später zu Glurak machen, eines der besten Feuer-Pokémon, die es halt in der 4. Generation schon gab, weil Feuerflug ist ne nette Typenkombination, Staravia ist aber auch cool, weil das wird zu Staraptor, ein Bedroher-Pokémon mit gut erinnert und auch später Nahkampf als Coverage beispielsweise und dem kann man theoretisch sogar später Kehrtwende geben und natürlich habe ich mich auch über Maromei gefreut, weil das hier ist die beste Generation für Maromei würde ich fast sagen. Durch die Two-Torn kann man dem später Richtung Weideburg dann diverse Elementarschläge geben und es ist halt grundsätzlich ein sehr starkes Kampf-Pokémon. Und in Schleiede selbst wurde ich dann halt noch ein bisschen stärker, weil man dort im Einkaufszentrum einige starke TMs kaufen kann und dann wollte ich gegen Hilda antreten, die ja normalerweise die Kampf-Arene-Leiterin ist. Und die hatte dann auch mal wieder insgesamt drei Pokémon. Hilda ist die nächste mit einem Mautzie. Wir gehen auf Erdbeben sofort, wir bleiben drin. Gleich bekomme ich Fliegen für Dragoran, das wird ein sehr schöner Buff sein. Kann ich endlich mal mit Step angreifen. Dragon Claw hätte ich noch gerne. Mammutl, sag mal, wie viel Eis soll denn noch kommen? In jedem Kampfgefühl, seitdem wir Dragoran spielen. Ich denke bei Mammutl gehen wir in Waters. Eisfang, ja. Der hätte Dragoran ziemlich wehgetan, deswegen kein Fireblast. Alter, ich bin zur Hälfte down. Krass. Und wer da auch outspeedet. Okay, es kann sein, dass Waterstay down geht. Wow. KI critet immer, ja. Muss immer mit Crit rechnen eigentlich. Aber ich konnte jetzt Crit nicht umspielen, nicht mit dem Team. Also aber jetzt ohne Kapaloris, das ist ein bisschen ärgerlich. So kurz vor Surfer, das hätte nicht mehr lange gedauert. Ja, aber wie viel hätte, wie viel hat der Kapaloris? Ich meine, ich habe ja auch EVs, zumindest ein bisschen. Junge, das wäre mit Vergeltung nicht mal One-Shot gewesen. Ich habe halt Minus-Attack-Wesen auf Tim, ne? 70. Ja, dass wir da nicht outspeedet haben, ist schon sehr traurig irgendwie. Vielleicht hat man Mammutl plus Init-Wesen oder so. Alter! Da war Tim gerade mit einem Bein im Grab. Jetzt kommt ja auch noch Hagelsturm-Damage. Okay, Hilda hat gar keine Lust, uns hier leicht durchzulassen. Pachti, Risu. Okay, damit komme ich klar. Hahaha. Das war unerwartet schwer irgendwie. Ich hätte jetzt ein Pixie gefühlt. Oh, das wäre sehr unangenehm geworden. Hahaha. Das war ziemlich unlucky gerade. Ach, komm. Bitte beende es. Alter, bitter Kuss. Hilda! Mach's jetzt nicht spannend. Okay, Laura hat keine Lust mehr. Das war großer Scam gerade, dieser Fight. Ja, gut. Standard jetzt ohne Kapaloris, was soll's. Dann ist jetzt zumindest entschieden, wie das Team aussieht so ein bisschen. Dann kommt jetzt so ein Pex rein. Der Tod von Kapaloris war wirklich frustrierend. Mammutl war jetzt schon wieder ein Eis-Pokémon gegen mein Dragoran, also ich hatte was das angeht wirklich Pech gehabt und leider ist es halt marginal schneller als Kapaloris und ich dachte, dass ich über E-Faust das Ganze ausgleichen kann, aber nein, konnte ich nicht. Und damit wurde ich dann eiskalt weggekrittelt mal wieder, um den Todes-Counter wieder um eins zu erhöhen. Und Kapaloris war halt eines der besten Wasser-Pokémon, die ich hätte haben können, also hat der Tod schon ziemlich weh getan. Deutlich mehr als der von Luminion. Und wer jetzt denkt, dass ich doch sicherlich Richtung Weideburg dann irgendwas Tolles wieder nachbekommen habe, dem muss ich leider mal wieder enttäuschen. Die Encounterwelle war dann wirklich mies, muss ich sagen. Und ja, so Pokémon wie Vylord oder Rizuros kann man theoretisch schon spielen, die sind nicht furchtbar, aber ich hatte an dem Punkt einfach schon Besseres. Glücklicherweise springt aber dann die Levelkurve so ein bisschen nach oben Richtung Weideburg und dann konnte ich plötzlich einige Starter-Pokémon vollentwickeln, die ich zuvor gefangen hatte. Und da ich dann auch bereits den Herzschuppen-NPC hatte, konnte ich dann was machen aus meinem Evoli und ich habe mir dann nach Tara gebaut. Und mit diesem neuen Team wollte ich dann mal wieder gegen den Rivalen kämpfen. Grundsätzlich wollte ich ab hier dann immer leaden mit Machomai, weil das halt keine so gute Init hat, also das will man nicht später im Kampf unbedingt so gerne einwechsen, und es hatte halt wirklich gute Coverage durch die Elementarschläge. Der Rivale begann aber mit Kokowai und dort bin ich natürlich lieber an Glurak gewechselt. Danach folgte aber Voluminas, was ich ja selbst nicht spielen durfte und deshalb Glurak so ein bisschen gehart countert. Ich bin also dann lieber wieder zurück gewechselt und das Schöne ist halt Voluminas ist zwar sehr defensiv, es hat aber 2x4 Schwächen gegen Kampf und Boden. Zum Ende hin wurde es aber dann wieder härter, denn der Rivale hatte ein Glurak ausgepackt, was ich ja selbst gespielt hatte und dort musste ich dann den Lanturn wechseln, allerdings hatte Glurak sogar Schlitzer drauf, um mich neutral anzugreifen, obwohl Lanturn eigentlich ein ziemlich guter Counter sein sollte und Schlitzer hat dann sogar gekrittert. Den Kill habe ich aber trotzdem schaffen können, Barry hat aber auch in Chaterra gespielt, also einen weiteren Starter und das musste ich dann wieder über Glurak outen. Ich muss aber schon sagen, mein Team hier hatte dann wirklich gut funktioniert. Jetzt aber zu einem weiteren Knackpunkt, was Pokémon Platin angeht. Wenn man es schaffen sollte im Mid-Game ein wirklich gutes Team sich zu bauen, dann sollte man die nächsten Bosskämpfe ohne Probleme schaffen eigentlich. Denn der nächste Boss war dann Marinos in der Wasser-Arena, der einfach nur 3 Pokémon spielt immer noch, also der war nicht wirklich gefährlich und dann kam Cyrus in Elysis, der generell eigentlich kein Bossgegner ist. Denn der erste Kampf gegen Cyrus ist eher eine Charaktervorstellung und auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich wusste, ich werde aber später noch 2 weitere Male gegen den kämpfen müssen und dann wird er deutlich stärker sein. Ich hatte aber auch ganz nette Encounter in der Zwischenzeit und zwar Aerodactyl, Hariyama und Usering und vor allem Hariyama konnte ich ganz gut spielen als Mahomai-Ersatz, weil es einfach ein bisschen mehr tanky ist, ähnlich stark und es kann ebenfalls die Elementarschläge. Ich würde sagen, für den Nasalog ist es ein kleines bisschen besser. Wo es aber dann wieder ein bisschen anspruchsvoller wurde, war beim Fleetburg Rivalen, denn der hat dann plötzlich 5 Pokémon gespielt und das ist üblicherweise im Platin-Playthrough immer in Difficulty Spike. Ähnlich wie mit Mahomai habe ich auch hier mal wieder mit Hariyama geleadet, der Rivale hatte aber Lapras mit Buddyslam, was mich sofort paralysieren konnte. Hariyama hat also nicht mehr konstant angegriffen und das war ein bisschen anstrengend. Und natürlich kann man jetzt dazu sagen, das triggert doch Adrenalin, allerdings kann man als zweites dann Hypno rein, mit Psi strahlen. Und dort bin ich dann lieber rüber gewechselt in Nachthara, um da gegen Immun zu sein. Es ist schon wirklich angenehm wie gesagt ein Unlicht-Pokémon zu spielen und Nachthara ist halt gleichzeitig auch mega gut für eine Nasalog. Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das Evoli aufzusparen. Er hat aber auch in Tohaido gespielt, was Unlicht-Attacken halt resistieren konnte und dort bin ich dann lieber rüber gewechselt auf Landtouren, um das sehr effektiv mit Donner anzugreifen, allerdings hat dann Tohaido mit Knirscher erstaunlich viel Schaden gemacht, weil der halt endlich in Gen 4 physisch war. Und dann kam auch noch Aerodactyl rein mit Knirscher und dort bin ich dann rüber gewechselt auf Sumpex, allerdings habe ich sofort zu 10% einen Verteidigungs-Decrease bekommen und Sumpex hätte hier weggecritet werden können. Ich denke, ich war tatsächlich in Kill-Range, das war ein bisschen riskant. Zuletzt kam dann aber nur noch ein Tauboss mit Daunenreigen und das konnte ich dann mit Glurak outen. Die Rivale wird aber sogar später nochmal wieder kommen, kurz vor der Liga und dann wird er sogar ein volles Team spielen. Ich muss schon sagen, Barry ist einer der besseren Rivalen im Franchise, aber diesen Kampf hier habe ich sehr gut gewinnen können. Meine Encounter in Fleetburg und der Eiseninsel waren allerdings die Katastrophe, weil ich hab dann Charmaine und Slimehawk gefunden und die waren beide einfach nicht gut. Bevor es aber dann endlich losging mit der richtig spannenden Phase von Platin, musste ich auch noch gegen Adam gewinnen in der eigentlichen Stahl-Arena, aber der spielt halt auch mal wieder nur 3 Pokémon und ist nicht wirklich gefährlich und die Galactic Commander, naja denen geht's ähnlich. Wir kommen jetzt also endlich zu den Blitzachrouten, den Schneegebieten vom Spiel und dort habe ich zwar auch mal wieder nur kompletten Blödsinn encountered, den ich ganz sicher nicht spielen wollte, ich konnte dann aber auch endlich in die Eis-Arena von Frida gehen und die spannende Hälfte von Platin einleiten. Denn Frida war jetzt die erste Leiterin mit 4 Pokémon und ab hier werden jetzt die Bossgegner deutlich anspruchsvoller. Und das war mit dem zuvor praktisch gar nicht zu vergleichen. Frida ist die nächste mit Sazenia. Wir gehen aber mal sofort auf Fliegen. Da ist ein cleanes 1-0. Außer ich hätte gemisst und du schlaf Bruder, aber selbst plan, was soll Sazenia machen? Vermutlich nichts. Wunderschöner Start. Oh nein. Ich habe noch kein Erdbeben auf so einem Pax. Verdammt. Zeitenlärm, Drachenklaue, Antikkraft, Metallklaue. Wir haben Schaufler auf Gaudium, Samtwirbel auf Alessandra und keinen so guten Kampfmove auf Tiano. Die Jäger ist natürlich übermächtig mit Zeitenlärm, Drachenklaue, Antikkraft für Omnibus theoretisch, was es hier sogar auswählen könnte, weil es auch sehr effektiv auf mich wäre. Und auch noch Metallklaue. Es hat überm Moveset. Und kann Tränke spammen. Ich muss in Alessandra gehen, hoffen, dass die Zeitenlärm überlebt und Alessandra für Sandwirbel-Spam opfern. Jetzt kommt Dragonclaw. Nochmal Dragonclaw. Ich opfer hier Alessandra. Außer sie überlebt irgendwie. Über die Zito wäre es vielleicht noch möglich, hier, ja, Zeitenlärm zu überleben einmal. Dragonclaw trifft. Das Jäger wird keine Gefangenen mehr machen. Nochmal Sandwirbel. Ich werde jetzt nicht greedy und versuche, Alessandra am Leben zu erhalten. Zumindest nicht beim zweiten Sandwirbel. Vielleicht würden wir noch ein paar rauslegen können. Ich habe keine Lust auf Zeitenlärm. Wir werden nicht totgekrittet. Wir gehen, würde ich sagen, auf Tierno. Es ist risikohaft, aber doch. Alessandra hat sehr viel Vorarbeit geleistet. Da kann man jetzt auch mal hier die Chance geben, zu überleben. Kraftwelle. Aber wir haben ein bisschen Glück, vielleicht. Das war alles sehr wackelig. Wir können natürlich auch jederzeit weggekrittet werden. Oh, das ist vielleicht ein Range-Two-Shot. Die Jäger geht raus! Alter, ist das unfair. Es wird die Sandwirbel resetten. Okay, das wird ein ganz kritischer Fight. Weil sie ein Geist spielt, ist sie jetzt gesave-switched. In die Immunität. Ich denke, ich habe Frieda im Griff. Ich kann hier in Laura gehen. Traumagiel kann Laura nicht wirklich besiegen. Und sobald die Jäger wiederkommt, drücken wir einfach Erdbeben. Okay, es hat Heuler genutzt. Ich muss da nochmal hin und her wechseln. Aber das ist ja nicht schlimm. Groll. Ich haue ihn in die Beere. Dann jetzt am besten Donnerschlag. Jetzt geht hier wieder. Weil es Flug resistiert, oder? Das ist eine sehr unwahrscheinliche Verhaltensweise der KI, muss ich dazu sagen. Wer das nicht weiß. Die KI macht das manchmal, aber relativ selten. Das heißt, das konnte man nicht wirklich predikten, dass es dann 10% oder so, dass sie das macht. Mir ist es ehrlich gesagt zu unsicher, mit Laura jetzt zu killen. Das heißt, wir gehen rüber in Tierno und handeln hier zwei Angriffe. Schafft Tierno schon. Das Problem ist, wenn ich jetzt Tierno drin lasse und in Drachenklaue Rangekill sterbe und er macht gegen Laura Raw of Time und outspeedet mich, bin ich potenziell in der Game Over. Ich entscheide mich jetzt hier dafür, auf Kraftwelle zu drücken. Wenn er mich wegkrippelt mit Dragon Claw jetzt, sind wir ganz nah am Game Over. Spiel perfekt. Bitte töte ihn. Es könnte noch Range sein. Volltreffer, okay. Keine Ahnung, ob das Saferkill war. Oh mein Gott. Alle leben. Smetbo. Ja, wir schaffen das ohne Deaths. Oh mein Gott. Tierno hat Zurgasken keine Lust zu sterben. Wir haben Dialga ohne Deaths geschafft. Und das, obwohl die KI geswitcht hat. Meine Strategie geht auf. Ich bin vorbereitet. Wir spielen gegen alle Überlegis irgendwelche Outs. Leider war aber mein richtiges Dialga-Out, also mein zweites Out, sag ich mal, Zoom-Packs noch nicht bereit. Das wird er später Erdbeben haben. In der Liga halt. Das hatten wir jetzt gerade noch nicht. Oh, ich bin so erleichtert gerade. Ich kann mit meinem Team weiterspielen. Ich bin mit dem Team sehr zufrieden und ich würde das wirklich gerne in die Liga mitnehmen. Alter, jetzt will es Damien aber wissen hier mit den Burns. Okay, wir haben gewonnen. Das war wirklich ein saugruseliger Fight. Dialga, eins der schlimmsten Nasslock-Pokémon im gesamten Pokédex. Bis heute. Die Kavalegis der vierten Generation sind einfach komplett übertrieben. Dialga, Palkia und Giratina sind alles Übermonster und Dialga hat hier den Anfang gemacht. Ja, was soll ich sagen, Drache Stahl resistiert halt wirklich fast alle Typen und wenn das Ding ein bisschen gekrittet hätte, sieht der Run plötzlich ganz anders aus. Er hat aber nicht gekrittet und ich konnte das Ding einfach ohne Tode besiegen, was mich selbst ein bisschen überrascht hat. Und nach Frieda ging dann alles ziemlich Schlag auf Schlag. Ich durfte dann auch einmal Encountern am See der Stärke und hab Rex Bizarre gefunden, was ich überhaupt nicht spielen wollte und dann gab es noch einen kleinen Kampf gegen Cyrus in Schleiede in der Galaktik Hauptzentrale, das ist aber nicht das richtige Story Finale. Weil das kommt dann danach auf der Sperrsäule und dort muss ich dann einen Doppelkampf gewinnen gegen Mars und Jupiter zusammen mit Barry in einem Doppelkampf mit der KI zusammen. Eine Stelle, wo ich schon diverse Male Nasslocks verloren habe, ohne wirklich was dagegen tun zu können, weil Barry einfach komplett verkackt hat. Das passiert wirklich nicht selten und ich habe jetzt gehofft, dass Barry irgendwas Gutes bekommt, weil auch der ist hier komplett randomized gewesen. Kommander Mars und Kommander Jupiter möchten kämpfen. Gar kein Bock auf diesen Fight. Torgekiss und Dialga. Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht der Spaß richtig los. Ich werde hier jetzt definitiv sofort Erdbeben drücken. Ich brauche Schaden. Heute bin ich der Imposter. Ja, guter Schaden auf Dialga. Den kann uns keiner mehr wegnehmen. Wie viel mache ich Lasho King? Auch ein bisschen was. Dragon Claw auf mich vermutlich. Ja, aua. Die wird wehtun. Okay, das geht voll. Krit hätte mich gewoneshottet, natürlich. Luftschnitt alle auf mich. Okay, wenn Barry jetzt Dialga schwächt. Oh, Barry setupt. Okay. Wir gehen hier definitiv auf Roost. Bei Laura kommt gerade klar. Und wenn Barry hier tendenziell immer stärker wird. Oh Gott. Kein Omni-Boost. Alter, ich werde komplett weggefokust. Lasho King, Aquawelle auf Dialga. Sehr schön. Ein Volltreffer. Okay, ich kann Dialga jetzt umbringen. Aber will ich Dialga jetzt umbringen? Weil jetzt könnte ich klar Roost rauskriegen. Nee, Dialga soll weg, 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 weg. Turbotempo ist okay. Das ist ziemlich schlecht auf Turgikis. Okay, dann fällt Barry im Pokémon. Ich bin krass vorgeschwächt, aber Dialga ist weg. Alter, ist Dialga gruselig in diesen Naslots. So, wir wollen auf jeden Fall jetzt den linken fokussen, damit der alleine weiter kämpfen muss. Der rechte. Lavados. Oh, Barry ist aber stabil heute. Kokowai. Auch nicht schlecht. Kokowai gegen Lavados ist aber erstmal ein Win für uns. Flammenwurf. Oh, perfekt. Meine Seite des Kampfes sieht gerade richtig tryhard aus mit Lavados und und Dragoran. Holy shit. Galoppa. Ja, das ist eigentlich perfekt. Ich kann sogar Erdbeben drücken. Barry ist immun. Barry und ich sind gerade auf einer Wellenlänge. Ich liebe das. Ohne Barry bist du gar nichts. Barry hat hier gerade hart gecarried. Oh mein Gott. Komm, Luftschnitt auf Galoppa. Antikraft. Aber leider auf Togikis. Komm, Omnibus, Barry. Schade. Luftschnitt. Luftschnitt miss. Perfekt. Wir machen Roost. Oh, vielleicht war das... Okay, ist mal knapp. Ich war mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir safe sind. Aber da hatte ich schon gedrückt. Der Bodycheck ist schon ein halbwegs stark. Oh mein Gott, er regt wirklich den Omnibus. Ja, wir haben gewonnen. Sowas von gewonnen. Warum auch Crit? Ich war mir erst komplett sicher, dass wir nicht sterben können an Crit von Galoppa. Und dann war ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher eben. Ihre Turbo-Tempo gekommen wäre Laura... hätte Laura sterben können, bevor der Roost Doors gekommen wäre. Das ist so unwahrscheinlich wie Double Crit oder so zu fressen. Da wäre jeder gestorben. Dass beide den perfekten Move auswählen und dabei Krippen ist... Ne, das passiert nicht. Der Crit von Galoppa war ja schon mega unwahrscheinlich. Und dass er den Move überhaupt gegen mich nutzen wollte. Okay, das war auf jeden Fall ein riesiger Jumpscare. Aber Barry hat hier hart gecarried. Barry ist gerade... mein bester Freund. Mein allerbester Vogelbaum. Es gibt keinen Grund, hier irgendwas zu riskieren. Labados ist, glaube ich, nicht mal tot, oder? Na doch, schade. Ich dachte mit Omnibus vielleicht, weil es nur Felskrab ist. Scaraborn auch nicht übel. Alter, Barry ist heute wirklich krass, Mann. Ich kann hier schön Runden wasten jetzt. Nahkampf. Was jetzt Unlucky wäre, wenn wir in eine Pflanze reinkommen, weil ich kann meinen Taucher nicht mehr unterdrücken. Aber nein. Scaraborn jetzt Nahkampf auf Nachthara, imagine. Das war ein Real Rap wohl der beste Barry, den ich je gesehen habe. Es war definitiv der stärkste Barry, den ich je hatte als Partner. Okay, damit gewinnen wir auf der Sperrsäule ohne Tode, trotz Dialga Nummer 2. Dialga kann uns nicht stoppen. Als ob hier ernsthaft nach dem Dialga von Frieda einfach noch ein Dialga kam auf der Sperrsäule. Ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Das Pokémon passt mathematisch prima in dieses Gebiet hier, aber es war schon ein bisschen bitter. Ich habe es aber erneut schaffen können, auch dieses Dialga zu schlagen, einfach ohne Verluste, obwohl es auch noch Togekiss als Partner hatte. Wären aber auch hier mal wieder einige Krits passiert, wäre mein halbes Team gestorben. Also Platin wollte es an dem Punkt wirklich wissen. Und dann musste ich halt auch noch gegen Zyrus antreten in der Zellwelt, der dann auch wieder zu den stärksten Trainern im gesamten Spiel gezählt hat. Der hat hier 5 Pokémon gespielt, die extrem gut gelevelt waren und das war bis hierhin potenziell der gefährlichste Bossgegner. Wir kommen zum Kampf gegen Zyrus und seinen Nidoqueen. Okay, das ist ein sehr guter Start für uns. Ich würde sagen, bei Nidoqueen machen wir einfach sofort Erdbeben. Da gibt es ja nicht wirklich was zu befürchten. Ich habe wenig Lust auf Body Slam Paralyse sofort, aber könnte passieren. Ich glaube nicht, dass es reicht, oder? Nee. Komm, keine Body Slam Paralyse. Natürlich. Okay. Ja, das ist ziemlich mies. Damit ist Dragoran für den Fight so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Das Erdbeben auf Dragoran ist jetzt nicht so krass stark. Garados kommt rein. Okay, der ist potenziell gefährlich wegen Dragon Dance. Ich denke, bevor der hier wegen meiner Paralyse Zeit bekommt, um zu set upen, gehe ich lieber in Landtüren. Und die Chance, dass er Raindance rauslegt, ist recht hoch. Er macht Dragondance, okay. Ja, diese Aquatails werden irgendwann gut wehtun. Danke für die Donation. Alter, der Crit. Okay, ich treffe den Donner aber, Gott sei Dank. Wenn der Donner daneben gegangen wäre, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich hätte was opfern müssen. Ich hätte zwingend was opfern müssen eigentlich. Baldorfisch ist das nächste. Okay, das ist das erste faire Pokémon geführt. Wir gehen hier, würde ich sagen, in Laura. Weil Laura bei Baldorfisch die Möglichkeit hat, wieder mit Rest auf einen gesunden Capi-Wert zu kommen. Body Check. Wir töten Baldorfisch mit Erdbeben. Zum Glück hat er keinen Abgangspunkt. Das wäre echt nervig. Zwei sind noch übrig. Mew. Der macht echt keine halben Sachen, Mann. Mew kann theoretisch nicht viel machen gegen Alessandra. Alessandra hat allerdings Barriere und das wird sehr nervig werden. Der Kampf wird ewig gehen. Und das kann mit Metronomen sich stellenweise sprengen. Ich überlege gerade, Sandwirbel drauf zu spammen. Ehrlich gesagt. Und dann auf einen Crit zu grinden. Weil bis ich zu meinem ersten Unlicht-Move komme, ist er schon auf plus vier physische Defense. Das würde nur zu Schwachsinn führen. Gutes Crit-Grinden gegen Mew hat funktioniert, aber der war stellenweise echt nervig. Lunarstein. In dem Fall haben wir gewonnen. Und schließen tatsächlich die gesamte Galaktik-Story ab, ohne Tode. Obwohl das wirklich anders aussah, zeitweise. Krass. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Die Situation, die eingetreten wäre, wenn der einfach, wenn ich einfach Donner gemisst hätte, was wäre dann passiert? Ich hätte gefühlt Landton oder so opfern müssen, oder irgendwas anderes opfern müssen, um in Haryama zu kommen für Donnerschlag. So. Und was ist, wenn er mich da auch gekritzt hätte? Game Over? Oder so? Keine Ahnung, das ist richtig unangenehm. Aber gut, wir haben gewonnen. Wir müssen hier mal ganz kurz über Drachentanz und diesen Kampf hier reden. Ist euch bewusst, dass wenn ein Pokémon auf plus 2 ist mit Drachentanz, ich immer die Genlock verloren habe? Das ist ein riesiges Problem gewesen im gesamten Challenge Run, weil in späteren Generationen kommen solche Attacken wie Drachentanz oder auch Falterreigen oder Hausbruch zum Beispiel immer häufiger vor und ab der fünften Generation ist es komplette Eskalation. Wenn ein Pokémon auf plus 2 ist und praktisch alles von mir one-shotten kann, aber auch gleichzeitig all meine Pokémon-Notes bietet, dann kann ich halt gar nichts mehr tun. Und das ist eine Sache, die hier ehrlich gesagt fast passiert wäre. Was hätte ich denn gemacht, wenn Landturm Donner gemisst hätte? Es wäre zu einem Massensterben gekommen beziehungsweise vielleicht wäre ich einfach 6-0 down gewesen. Und selbst mein Draguran war ja zu dem Zeitpunkt sogar paralysiert und vorgeschwächt. Es reicht häufig ein gefährliches Pokémon bei den random Gegnern und die gesamte Genlock scheitert. Und diese Boost-Attacken machen es wirklich nicht angenehmer. Und dann kam es zwar zu einer weiteren großen Encounter-Welle Richtung Sonneweg, also auf dem Weg zur letzten Arena, allerdings habe ich dann nur das hier gefunden. Und ja, auch hier sind wieder nette Pokémon dabei, wie Pixie oder Gewaldro, aber gerade Gewaldro konnte ich nicht wirklich sinnvoll spielen in meinem Team, da ich ja bereits Landtouren hatte, was ein prima Wasserort ist. Und das ist halt das Krasse so ein bisschen bei Gen 4. Ich hatte ein wirklich gutes Team, aber ab der vierten Generation werden die Pokémon-Spiele im Randomizer potenziell so gefährlich, dass es kein Team gibt, mit dem man wirklich sicher ist. Ich hätte hier also auch Knack-Kracke oder so finden können und ich hätte mich trotzdem für die Pokémon-Liga nicht wirklich sicher gefühlt. Und dann bin ich, um die Liga freizuschalten, auch noch gegen Volkner angetreten bei der letzten Arena und der war dann ebenfalls nicht einfach. Platin hat mir dann wirklich gar keine Pause mehr gegeben und mir die ganze Zeit starke Gegner vorgesetzt. Volkner begann mit einem Rotom mit Delegator und das ist so eine Attacke, die ich auch selbst nicht spielen durfte in der Gen-Log, einfach deswegen, weil die KI damit überhaupt nicht klarkommt. Wenn man Nuzlocke in Game Freak-Spielen mit Delegator spielt, ist man praktisch unsterblich. Ja, ich konnte aber das Rotom hier von der KI über Nachthara brechen, was ja auch Rotom sehr effektiv angreifen konnte. Allerdings hat Rotom seinen Tod nicht wirklich akzeptiert und dann ist Volkner hier einfach in Panferno mit Nahkampf gewechselt, um meine Undichtattacken zu resistieren. Und das wurde dann sehr schnell zu einem gewaltigen Problem. Denn ja, natürlich konnte ich Dago ran einwechseln und das zu resistieren und ich hatte auch Erdbeben, um Panferno dann zu One-Shotten, nachdem seine Verteidigung gesenkt wurde, aber als drittes kam dann einfach Staraptor rein und das ist ein komplettes Monster. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie gut das Pokémon sein kann, aber bei den Gegnern ist es noch schlimmer. Denn wenn die halt Sturzflug, Nahkampf und Body-Check spammen können, auf einem unglaublich guten Angriff wert, kann praktisch alles totgekrittet werden. Und ich musste dann deswegen mein geschwächtes Dragoran auswechseln in Landtouren und eines meiner besten Wasser-Pokémon riskieren. Ich habe aber Gott sei Dank hier keinen Krit abbekommen und Staraptor ist ohne Kills down gegangen. Das hätte mich für die Liga aber extrem abschwächen können, weil für Landtouren gibt es keinen Ersatz. Glücklicherweise lief der Rest des Kampfes aber recht angenehm. Ich konnte dann auch mit Glurak in O-Mod niederbrennen und dann kam irgendwann halt Rotom zurück, um Glurak sehr effektiv anzugreifen, aber dort konnte ich dann einfach zurückkehren in Nachthara. Ich hatte aber generell im Pokémon Platin wirklich einen Schutzengel bis zu dem Zeitpunkt. Dass hier nicht viel mehr Pokémon gestorben sind, war extrem unwahrscheinlich bei diesen Gegnern. Und nachdem ich dann auf dem Weg zur Pokémon Liga bei der Siegestraße und so nur noch extrem schlechte Encounter bekommen hatte, war ich immer noch nicht ganz bei der Liga angekommen. Denn ich musste dann auch noch im Liga-Gebäude gegen meinen Rivalen antreten ein letztes Mal, der dann vollständiges Team gespielt hat. Ich hatte es ja schon angeteasert, Barry kommt nochmal wieder und ist dann nochmal stärker. Das ist durchaus kein schlechter Rivale und auch dieser Kampf hier zählt zu den schwersten im gesamten Playthrough. Hier hatte ich dann aber dem Matchup geschuldet, einfach unglaubliches Glück. Denn der Rivale hat geleadet mit zweimal Mark Laison, die ich beide mit Erdbeben-Dragoran Turn 1 zerstören konnte. Denn die haben halt in Gen 4 noch nicht die gute Robustheit aus Gen 5 und waren deswegen einfach One-Shot, obwohl das eigentlich echt gute Gegner sind. Und dann kam auch noch Togekiss rein, was ja auch ein heftiges Moveset hat, aber das konnte ich hier mit Donnerschlag einfach knapp Two-Shotten und ich hatte wieder ein perfektes Matchup, während sich Barry sogar in Himmelsweger verrannt hat, den er niemals rausbekam. Aber das war bei weitem noch nicht mal alles. Er hat dann auch in Melotic gespielt, ein weiteres sehr starkes Pokémon und dort wollte ich dann in Landtourn gehen, weil ich Regentanz predicted hatte, um damit Landtourn ein bisschen zu sweepen. Allerdings hatte Melotic Anziehung und dann bin ich wieder zurückgewechselt auf Dragoran und dann hat sich Melotic hier einfach in Safeguard verrannt und war ebenfalls Two-Shot durch Donnerschlag, weil es halt eher speziell defensiv ist. Da hatte ich Melotic tatsächlich ein bisschen überschätzt. Und nachdem ich dann ebenfalls mit Dragoran auch noch kompletten Capoeira besiegen konnte mit einer fetten Flugschwäche, kam als letztes Pokémon überhaupt dann auch noch in Pixie rein. Was ja theoretisch wieder mit Komprimator, Gesang und Metronom einfach komplett hätte eskalieren können, ich bin aber dann einfach hart rübergewechselt in Hariyama und hab das in zwei Hits einfach niedergeschlagen, ohne auch nur einmal zu missen. Also die Glücksträhne vom Platin ging hier definitiv weiter. Und das hier war dann mein Team für die Pokémon Liga in Pokémon Platin. Ich hab zunächst mal Dragoran gespielt, nach wie vor, weil es halt einfach mein bestes Pokémon war bei weitem. Ich hab aber auch weiterhin Hariyama gespielt und ihr habt vielleicht gemerkt, dass er mittlerweile nicht mehr gliedet in den Kämpfen, ich hatte aber einfach gemerkt, dass es halt bulky genug ist, um praktisch hinten im Team zu stehen und in Schadensattacken einzuwechseln. Das hat durchaus funktioniert. Was ich aber dann auch spielen wollte, war Krypuk. Ich hab Glurak tatsächlich aus dem Team geworfen, weil das meistens eh schlechter war als Dragoran, was ne ähnliche Funktion erfüllt hat, gegen Pflanzen beispielsweise, ja und ich wollte unbedingt ein Geist spielen, wenn es geht, um was gegen Explosionen zu haben. Was ich aber auch gemacht habe, war weiterhin Nachtara zu spielen. Und das ist vielleicht ein bisschen Overkill, zwei Unlicht-Pokémon zu haben, aber ganz ehrlich, Glurak war so nutzlos zusammen mit Dragoran im Team, da sich Nachtara besser fand als Tank. Ja und dann habe ich weiterhin meine beiden Wasser-Pokémon gespielt und zwar Zumpax als Wasser-Boden-Pokémon, als Prima-Out gegen Elektro-Angriffe und natürlich auch weiterhin Landtouren. Landtouren ist einfach eines meiner Lieblings- Wasser-Pokémon für Nuzlocke, also natürlich habe ich das nicht gekickt. Ob sich das Team allerdings ausgezahlt hat, werdet ihr jetzt gleich sehen und wir starten mit dem Kampf gegen Havaro, den ersten von den Top 4, der normalerweise Käfer trainiert. Und alle Top 4-Mitglieder haben auch hier mal wieder 5 Pokémon und dann kommt halt irgendwann Cynthia als großes Finale. Und dreimal dürft ihr raten, was dann direkt passiert ist. Er begann mit einem Larmus, was ich ohne Probleme über Donnerschlag besiegen konnte mit Dragoran, allerdings war das ziemlich defensiv und es hat eine Weile gedauert und dann ist Larmus irgendwann rübergewechselt in sein zweites Pokémon und zwar in Explosions-Lepomentas. Ich hatte es vorausgesehen. Man sollte halt wirklich bei so langen Pokémon-Challenges hier immer über Geister im Team nachdenken. Explosionen kann bei der Liga einfach wirklich alles kaputt machen, wir haben es ja potenziell bei Gen 3 gesehen gehabt, ja und Krypok hat sich hier wirklich bezahlt gemacht. Damit konnte ich Lepomentas einfach komplett wallen und es konnte nichts gegen mich tun. Herr Barrow hatte dann aber auch noch ein Despotar und das ist halt extrem gefährlich ab Gen 4, ich konnte aber Knirscher oder Steinhagel predikten und somit ein Hariyama wechseln, was es resistieren konnte und dann war Hariyama hier einfach so tanky, dass selbst ein Erdbeben-Kritt noch okay gewesen wäre plus Sandsturm-Schaden. Also auch die Teamposition von Hariyama hat sich hier extrem bezahlt gemacht. Der Rest des Kampfes lief dann aber ziemlich simpel ab, denn sobald dann Larmus wieder reinkam, konnte ich wieder rüber wechseln in Dragoran und das komplett ausdollen und die restlichen beiden Pokémon konnte ich dann auch ausdollen, weil die waren nur noch Sarganabus, ein weiteres Wasser-Pokémon und tatsächlich ein Nutuska und das ist generell einfach kein starker Gegner. Aber auch hier wieder, wenn ich statt Krypok einfach Glurak weitergespielt hätte, hätte hier einfach wieder was verwecken können. Ich musste extrem aufpassen bei der Gen-Dog und es hatte einen Grund, warum ich stellenweise bei der Gen-Dog einfach vor der Liga nochmal eine halbe Stunde nachgedacht habe, wie eigentlich mein Team aussehen soll, weil die negativen Folgen es nicht zu machen, die hätten stellenweise wirklich verheerend sein können. Glücklicherweise hatte ich dann aber einen ziemlich leichten Kampf gegen Theresa, weil die hatte fast nur Pokémon mit Flugschwäche und ich habe endlich mal einen richtigen Dragorans-Beeb hinbekommen, was ja vorher nie so wirklich funktioniert hatte. Aber dann kam Ignaz, der normalerweise Feuer-Pokémon trainiert und der Kampf war dann wieder deutlich härter. Und aus irgendeinem Grund habe ich auch bei dem mal wieder irgendwie bei vielen Nuzlocke-Probleme. Der bekommt häufig gute Teams bei mir. Ignaz mit 5 Pokémon? Ist ja erst nichts gestorben, Osteraptor. Der ist immer unangenehm. Wenn der krittet mit Sturzflug, stirbt halt immer was. Ich denke, in der Konstellation ist Ehrenfeld kein logischer Switch-In, weil wenn ich Sturzflug into Bodycheck der Kritt fresse, sterbe ich maybe. Und selbst wenn ich nicht sterbe, wenn Donner misst, bin ich in einer ganz weirden Situation. Ich hoffe, dass Donnerschlag two-shottet. Es kommt sofort Sturzflug. Wenn es krittet, ist richtig unangenehm. Okay, ich hätte Kritt überlebt. Krass. Ist das Heal-Range? Das ist so eine Karpe-Range, wo ich mir nicht sicher bin, ehrlich gesagt. Wenn es Heal-Range ist, kommt jetzt einfach Trank und ich könnte vor Free of Roost drücken und wir wären wieder bei Status Quo und er hätte einen Trank weniger. Das wäre perfekt. Ich glaube, dass er hier Heilung spielen wird. Ich spiele keine Heilung. Bitte krittet er nicht Dragoran-Tod. Oh Gott. Alter, das war gruselig. Das war ganz, ganz unangenehm. Okay, das ist der Raptors. Krass. Jetzt kommt aber Heilung. Das Blöde ist halt, dass Dragoran wirklich kacke jetzt gerade aussieht gegen Ignaz. Oh mein Gott, das ist Lucky. Tschüss. Krass. Okay. Und Kritt. Er kann ja auch mal Glück haben. Welser. Ja, Welser würde man eigentlich nicht so viel Zeit geben, um zu setuppen mit Amnesie. Aber in dem Fall greife ich physisch an. Das wird mit Erdbeben wohl 3 Shots sein, ne? Und Tschüss. Wunderbar. Zwei Kills. Ich kann mit Laura einiges im Spiel, Milotik. Wir gehen mal kurz in den Ehrenfeld, um einen Angriff wieder zu kriegen. Und wenn er Rain Dance macht, könnte ich drin bleiben vielleicht. Es kommt Wasserring. So, Bedroher ist wieder weg. Wir können jetzt mit Donnerschlag wieder Schaden machen. Das ist ein cleaner Toolshot. Und er misst sogar. Boah, ich habe so absurdes Glück, Junge. Traun Magiel. Ist frech, wie viel Glück du hast. Also, ich kann mich wirklich nicht beschweren bei der Generationenlog bis jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Glück hier gerade aufgebraucht wird in den ersten vier Gents, die noch relativ simpel sind und dann hinten raus komplett verloren geht. Grit. Macht es doch Spaß, Ignatz? Stur Black? Ich werde hier einmal for free Fliegen drücken. Ach ja. Netter Chip. Jetzt sind Tiano und Nahkampf. Blattgeißel macht alles. Okay. Synthia? Das ist sehr unnötig gerade. Hauptsache, er setzt Blattgeißel gegen Dragoran ein. Woher? Ja, es hat wirklich keinen Sinn ergeben. Also, langsam muss ich mal ein bisschen Damage machen. Machen wir Sucker Punch. Tritt, eng. Aber er hätte noch gepasst. Er ist jetzt nicht in der dummen Heal Range, oder? Ne, okay. Weg damit. Weirder Kampf auf jeden Fall. Das Stur Black war gerade irgendwie gruseliger, als es hätte sein müssen, gefühlt. Staraptor war hier schon wieder kurz davor, einfach irgendwas umzubringen. Es muss halt nur einmal der Crit kommen, an der falschen Stelle, zu ungefähr 6%, was nicht mal so unwahrscheinlich ist und die Liga wird plötzlich 10 mal so schwer. Es ist allerdings doppelt lustig, denn in der Story sind Volkner und Ignaz tatsächlich Rivalen und beide hatten hier einen Staraptor. Das fand ich einen witzigen Zufall. Da ich aber dann drei Kämpfe gewonnen hatte, mal wieder ohne Pokémon zu verlieren, hatte ich dann auch eine relativ gute Zeit gegen Lucian, weil ich dort ein weiteres Mal in der Überzahl antreten konnte, wo es aber dann wieder hart wurde, war bei Cynthia. Cynthia ist der Champ der vierten Generation und wahrscheinlich mit die beliebteste Trainerin aller Zeiten und das vollkommen zu Recht. Und auch auf dieser Trainerin hier lastet einfach ein Fluch. Ich habe praktisch noch nie eine Nuzlocke gespielt, wo die komplett geschenkt war. Die hat aus irgendeinem Grund einfach immer was. Aber hey, es ist halt auch Cynthia. Die Musik macht direkt Bock, muss ich sagen. Staraptor, okay, da ist es wieder. Cynthia will direkt ermorden, ich weiß schon. Ist okay. Wir wissen, was zu tun ist in dem Fall. Wir hatten es ja vorhin schon. Rauf da. Ich liebe es, wie Cynthia immer ernst macht. Cynthia ist nie geschenkt. Donnerschlag und dann die Range angucken. Vielleicht Paralyse, Crit oder so. Nein. Okay, sie wechselt aus. Rex Bizarre. Als ob ich wirklich die Paralyse bekommen habe. Das ist schon insane. Also das ist wirklich rigged as fuck die Liga gerade. Ich habe so viel Glück. Jetzt noch Paralyse gegen Rex Bizarre. Schade. Okay, sie spielt leider ein Out gegen Dragoran. Ich kann nicht einfach so sweepen. Oder ich drücke halt ein bisschen Cocky auf Fliegen. Rex Bizarre ist ein mega unangenehmes Matchup, weil es alle sehr effektiv oder neutral trifft mit sehr starken Attacken. Und wenn ich halt rein switche muss ich Schaden nehmen. Alter, der hat Isis Kälte. Und Blizzard, der immer trifft. Junge. Rex Bizarre hat Isis Kälte und Blizzard, der Safe trifft. Ich kann auf gar keinen Fall jetzt hier in Tiano für Firepunch wechseln. Und sterbe ich auf den Switch in maybe. Und dann habe ich gefühlt richtig gelitten. Bitte triff. Bitte reiche. Bizarre ist auch recht tanky. Wir hitten das Fliegen zum Glück. Bitte reiche. Das wäre sehr cringe, wenn er jetzt überleben würde. Oh Gott. Tschüss Draguran. Okay, aber dadurch haben wir Safe Switch auf Hariyama für Firepunch. Der Bedroher hat leider zu sehr gemattert. Ja, aber ich konnte nicht wechseln. Was soll ich machen? In Shield Cold wechseln. Firepunch tot. Und Top Genesung ist raus. Da ist halt immer noch ein Draguran. Das hätte vielleicht ganz knapp weichen können. Ich meine, es war roter Bereich. Aber ich wollte auf gar keinen Fall wechseln. Staraptor kommt wieder rein. Na klar, da sieht jetzt hier die Chance. Wie viel Base Init hat Hariyama und wie viel Staraptor Chat? Staraptor 100, Hariyama 50. Ja, aber dann outspeedig, oder? Ich glaube, ich sollte drauf gehen. Boah, bitte outspeedig. Okay, okay, okay. Aber Synthia ist immer nicht zu spaßen, man. Wir führen. Allerdings. Und Tieno geht vorne ganz gut und hat Omega Coverage. Also was soll passieren? Garador soll passieren mit nochmal Bedroher und Dragon Dance. Okay, das könnte die Range sein, wo er keinen physischen Move mehr hat. Das ist der Dragon Dance free. Wir müssen leider rausgehen, aber Land ist relativ free hier gerade. Okay, sehr schön. Leg mir den Rain Dance raus. Damit treffen wir im Choice Specs mit Donner zu 100% und werden Garador das Leben nehmen. Ich denke, es war ziemlich 50%, ob der den Misplay macht mit Dragon Dance oder Hyper beamt. Weil ich war eigentlich in Kill Range. Relaxo. Jedes Pokémon ist irgendwie krass von ihr. Hat ihm Randomizer irgendwie so ein Quirk, dass sie kein Scheiß Team haben kann? Sie ist immer stark. Relaxo hat Gigastoß. Das tötet halt alles mit Crit. Ich gehe in Cynthia. Predikte die normale Attacke. Okay. Oder auch nicht. Wir gehen in Tiano. Jetzt kommt safe kein Gigastoß. Das heißt, ich kann viel besser ein wechseln. Walzer und Crunch werde beides weg resistiert. Dieser Lebensbalken, der so in Zeitlupe runter geht bei Gen 4, Ist schon belastend. Elevoltec. Sag mal, kannst du mal ein Opfer spielen? Elevoltec macht zum Glück nichts gegen Sumpex. Glück gehabt, dass wir Sumpex spielen. So, und weil es nichts kann, kommt Random Switch in in Fione ins Erdbeben. Wunderschön. Aber krass, Cynthia war spannend. Also, Cynthia ist immer heftig. Ich weiß nicht, was da abgeht. Im Randomizer. Cynthia ist nie schwach. Reine League 2 Remakes. Ziemlich lange Spiele, kein Encounter in Kanto. Heftiger Trainer Rotfight im Hagelsturm. Aber Cynthia ist down. Ich hatte es ja schon prophezeit. Cynthia ist eine unglaublich starke Trainerin und sie konnte auch hier mal wieder was killen. Und zwar das Dragoran. Mein bestes Pokémon überhaupt, aber ich denke, das Opfer war gerechtfertigt. In eine K.O. Attacke einzuwechseln beim letzten Fight wäre einfach Selbstmord gewesen potenziell und leider kam dann Blizzard. Aber sie hatte generell ein starkes Team. Auch Staraptor beispielsweise mal wieder und auch andere Pokémon wie Garados oder Relaxo. Cynthia ist immer krass. Aber gut, ich konnte es schaffen, im ersten Versuch der Genlock damit auch komplett Pokémon Platin noch durchzuspielen, aber Generation 4 war noch nicht zu Ende. Denn es gab natürlich auch noch die Gen 2 Remakes und damit ging es dann weiter nach Pokémon Heart Gold, was in meinen Augen noch mal deutlich härter und auch deutlich länger ist als Pokémon Platin. Also das wurde dann nochmal anspruchsvoller. Da aber wie gesagt bei Pokémon Heart Gold besonders das Postgame interessant ist, habe ich mir gedacht, auch das mal wieder ein bisschen spannender durch diese Zusatzregel hier. Ich hatte ja bereits in der zweiten Generation die Encounter im Postgame verboten und das wollte ich jetzt hier auch machen. Das bedeutet, ich durfte keinerlei Pokémon einfangen in ganz Kanto später und das war in der zweiten Generation noch nicht so krass, weil die dortigen Erinnerleiter ziemlich unterlevelt waren. In den Remakes allerdings wurde das zum größten Teil gefixt und dementsprechend sind das hier vollwertige Bossgegner gewesen und das ist halt schon ein gewaltiger Unterschied. Aber gut, wie es mir in Pokémon Gold ergangen ist, werdet ihr jetzt sehen und ich wusste, wenn ich das Spiel auch noch schaffen sollte, im ersten Versuch der Gen-Block, dann wäre ich potenziell schon in der fünften Generation. Wir beginnen erstmal wieder mit der Starterwahl und die war dieses Mal ziemlich schwierig, denn ich hatte dann die Auswahl zwischen Zubart, Forstelka und Riolu und das waren halt potenziell zwei Stahl-Pokémon und es waren halt nicht viele Stahl-Pokémon in der Gen-Log generell erlaubt und ich habe mich dann dazu entschieden Riolu zu nehmen, weil das kann man durch Zuneigung entwickeln direkt Moves weil es halt tatsächlich relativ fragil ist aber es war trotzdem spielstark und halt einfach ein ziemlich guter Starter und nachdem ich dann mal wieder meinen Rivalen besiegt hatte der dieses Mal in Golbart gespielt hat konnte ich ja und ist pseudo legendary drin geblieben im Ball ja tatsächlich schon ausnahmsweise wurde der Fluch der Gen-Log gebrochen ich konnte ernsthaft in den ersten paar Wiesen erfolgreich Despotar einfangen eines der besten Unlicht Pokémon aller Zeiten mit extrem guten Basis Werten das hat allerdings eine Fähigkeit die automatisch Sandsturm herauf beschwört und das kann stellenweise bei Nuzelogs ziemlich hart wegfeiern aber zumindest hatte ich Rizzeros als Partner dafür was ebenfalls im Sandsturm keinen Schaden nimmt und einfach mal wieder ein ziemliches Bollwerk ist auch wenn es kein Typ Stahl hat als drittes habe ich mich aber auch über Drift Zeppeli gefreut weil das hat drei Immunitäten und es war sofort ein Geist fürs Team und das war zwar offensiv nicht so stark aber es hatte ziemlich viele KP Ich kann euch aber an der Stelle direkt beruhigen obwohl ich direkt zu Beginn ein relativ gutes Team hatte war Hard Gold auf gar keinen Fall einfach Und da beginnen wir zunächst Mal mit dem ältesten Marek im Knofenza Turm deren Hard Gold tatsächlich Pflicht ist und ein Miniboss ist was ich eigentlich eine coole Idee finde Und hier ist mir leider ein kleines Missgeschick passiert Ich und dann kam als zweites Glutexo rein und das wollte ich outen mit Weimar und das ist mir dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden Denn die Sache ist Glutexo zu killen war zwar kein Problem aber als drittes hat Marek einfach in Stolrak eingewechselt mit Kopfnuss und ich Aber gut in dem Fall habe ich direkt zu Begin Pokémon verloren es war aber zumindest kein voll entwickeltes Vylord Man muss aber sagen dass Vylord potenziell für später im Run durchaus Potential gehabt hätte Und ja das hat keine so guten Verteidigungs Werte aber einen heftigen KP Stat Aber gut damit erhöht sich der Todes Counter noch mal um eins Was will man tun Glücklicherweise war und die waren einfach keine Gegner Als ich aber dann wieder Encountern wollte um das Team noch ein bisschen besser zu machen hatte ich um ehrlich zu sein ziemlich viel Pech Ihr seht hier die Pokémon die ich bekommen habe und ja da war tatsächlich Kindwurm dabei was man später im 50er Bereich zu Brutalanda machen könnte Allerdings beginnt die Liga in Pokémon Hardgold im 40er Bereich Ich Ich hatte aber ja schon in Pokémon Feuer Rot gesagt dass ich das in Naslox nicht gerne spiele Es hätte halt deutlich bessere gegeben Damit war es aber zumindest möglich bei der zweiten Arena von Kai dann ein fast vollentwickeltes Pokémon Team zu spielen Ja und Rizurros konnte ich zwar nicht zu Rihornior machen Allerdings hat das halt fast gleich gute Werte wie Rihornior weil die Entwicklung halt nicht unbedingt notwendig gewesen wäre aber Kai hatte dann schon insgesamt drei Pokémon Bevor aber Kai anstrengend werden konnte mit seinem Hypnor mit Hypnose habe ich hier tatsächlich Random mit Despotar geleadet und das über Unlicht komplett zerstört Da hatte ich den Matchup geschuldet auf jeden Fall Glück gehabt Als zweites kam dann aber nur ein kleines Muschers rein was ich über Lucario besiegen wollte Ich habe leider Superschall gefressen und Muschers ist halt auch kein Eis Pokémon es ist tatsächlich nur Wasser in der Basis Form und ich habe mich dazu entschieden zu Drifteppeli zu wechseln des Muschers ein bisschen anzuchippen und dann in Lucario zurück zu kehren Und das coole war halt Lucario hat bereits auf diesen kleinen Leveln hier Kraft Welle und das hat 60er Basis Stärke und kann paralysieren eigentlich wirklich keine schlechte Attacke Und als Kai noch Impagator rausgeholt hat was ja durchaus nicht übel ist konnte ich das über Kraft Welle direkt erfolgreich paralysieren und komplett mit Lucario besiegen Ich hatte also was das Early Game angeht eigentlich eine wirklich gute Zeit in Hardgold und konnte auch den zweiten Orden relativ leicht mitnehmen Aber das war halt nur der Anfang gespielt hat perfekt für Despotar konnte ich nochmal Encountern auf dem Weg nach Ducatia City um dann gegen Bianca anzutreten und dort habe ich das hier gefunden Auch wieder nicht unbedingt die beste Encounter Welle allerdings war halt mal wieder Makoita dabei und das konnte ich zwar auf diesem Level noch nicht weiter entwickeln aber für später hatte ich damit Save Fariyama und das war ja bereits im Denn genauso wie in der zweiten Generation hat die auch hier mal wieder nur insgesamt zwei Pokémon gespielt und es ist eigentlich im Randomizer kaum die richtige Boss Gegnerin Die sollte eigentlich ungefähr so stark sein wie die ersten paar Galaktik Commander die man gar nicht ernst nehmen kann Aber es ist halt immer noch Bianca und gefühlt hat die irgendwie immer was starkes Es ist der Miltank Fluch dann einfach Steinhagel oder wird Biersasam doch beenden Okay hat Random überlebt das ist blöd Krankenhieb kommt für ein bisschen Chip Dann mache ich Biss und die Tränke werden gewastet Ja ist eigentlich ein guter Start ist ein sehr guter Start So was ist ihr Ace was ist die Hauptattraktion Magneton Ui Äh bin ich dagegen schlecht aufgestellt Oh wie schon wieder vier von also fast schon fünf von sechs Pokémon dagegen abkacken Magneton ist so krass Magneton wird Fix Schaden und Verwirrung rumspammen Ich kann aber in Zwaskai gehen und Zertrümmerer einsetzen Bevor ich in Lucario gehe Zertrümmerer Natürlich trifft Superschall Das wird großer Spaß werden Ultraschall wird wehtun Selbstverletzt Okay Nochmal Da ist der erste Ultraschall Da waren es noch 41 Leben Ich werde zwar Skal hier opfern wenn es sein muss Ach komm leg mich doch am Arsch Es war so klar dass es so enden wird Nochmal Ultraschall Die Siedelbäre könnte mettern hier Alter Das war Bodenlos Einmal nur Bodenlos Okay Das ist jetzt eine witzige Situation Wir können tatsächlich bei dem Moveset einfach in Paul und Rizzeros hin und her wechseln und können nie verlieren Achso nein können wir nicht weil wir von Oh mein Gott wir können es nicht weil wir von dem Sandsturm von Despotar langsam hingerichtet werden das Messer in unserem Rücken Vielleicht müsste er ja Ultraschall Wow Da ist es mal wieder 10 von 10 Despotar Genau deswegen hast du keinen Bock auf Despotar in Naras Lock Wir sind langsamer als Magneton Minus Speed Lucario ist wirklich Lit Alter nämlich Schaden Bitte Paralyse Okay Immerhin das Es hat eine Prunos Beere Alles klar Wenn er mich krittet ist Lucario tot Ganz wilder Kampf Ganz ganz wilder Kampf war das gerade Bianca immer ernst nehmen immer ernst nehmen Ultraschall Magneton Es gibt einen Grund warum ich Magneton für mich in der Genlock verboten habe Es resistiert einfach viel zu viele Typen Und ich konnte halt nicht mal so wirklich direkt in Lucario wechseln weil das so verdammt fragil ist Man muss mit Lucario wirklich aufpassen das ist eigentlich ein Setup Sweeper aber all diese Setup Moves wie Schwertanz oder Renke Schmied habe ich bisschen schade war Ich hatte aber auch wirklich Pech bei der Arena Es hätte eigentlich deutlich besser laufen müssen Aber gut bei der nächsten Encounter Welle Richtung Teak City habe ich dann zumindest diese Pokémon hier gefunden und es ist doch gar keine so schlechte Ausbeute Ja aber es war halt mal wieder Galagladi dabei ihr seht es ja hier und natürlich ist das Geflüchtet mit Teleport Die gesamte Gardevior und Galagladi Entwicklungslinie verabscheut mich einfach in Nasloggs die bleiben nie im Ball weil ich einfach mega viel Pech habe Ja und Makago konnte ich dann zwar als Feuer Pokémon spielen allerdings gehört das zu den schlechtesten Feuer Pokémon aller Zeiten und es hat sogar 2x4 Schwächen und keine Innit Das ist halt kein Gutes Naslogg Pokémon Nachdem ich aber dann nochmal gegen meinen Rivalen gewonnen hatte der irgendwie bei diesem Playthrough wirklich kein Glück hatte mit seinen Teams ging es weiter in die Arena von Teak City und das war der Orden von Jens und das ist normalerweise ein Geist Arenaleiter und er spielt hier 4 Pokémon und das ist für die Verhältnisse von Johto ein extrem umfangreicher Arenaleiter Der hat zusammen mit Sandra das größte Team von allen Johto Arenaleitern und deswegen kann der Halt im Randomizer ein extrem starker Boss Gegner sein Leiter Jens möchte kämpfen Bitte habt ein Opfer Team Yugong Ok das ist nicht so schwach Ok wir haben großes Glück der hat im 20er Bereich keine Wasser Attacke Dann hat er keine Chance Ein paar Level Höher und er hätte Lake und so dann starker Gegner Ist das ein One Shot Ich glaube nicht ne Ist bulky War doch krass Im Poly Alter Ok Swagger Bubblebeam Metallklaue und Pack Alter der hätte Sword Dance gehabt auf kleineren Level WTF Der Land auf Level 11 Sword Dance Aber wir können dankbar sein dass der das Ace ist Ach du Scheiße Ich hätte nicht stoppen können Ich hätte hart in Pascal wechseln müssen für Bubblebeam und dann Ripp Ich denke das beste Play was wir haben ist rüber zu wechseln in Money Einmal kurz weil es kommt Bubblebeam oder Swagger weiß man nicht hat zwei Ohr Absorber und jetzt kann keine Achso jetzt kommt Swagger wahrscheinlich ich sollte eine Runde drin bleiben ehrlich gesagt einfach Surfer um den Angeberei erstmal zu nehmen und dann gehen wir in ja Drift Zeppeli für Thunder I guess mein Team ist so schlecht bisschen Chip der Sandsturm ist mal wieder nur gegen mich Paul jetzt kommt auf den Switch schon mal weder Bubblebeam noch noch Swagger sondern nur Schnabel und das ist nicht so schlimm Volltreffer Intusant Sturm der Match ok ich werde gegen jemanden opfern glaube ich hier wird jemand sterben Donner oh wir out speeden Empolion ok das hätte ich nicht gedacht und ich mache null Damage null Damage einfach ok soviel dazu es ist einfach nur lächerlich es ist so lächerlich einfach nur was soll man zu sowas sagen oder das hatte drei Immunitäten und hätte später sich sprengen können glaube ich auch hätte das nicht sogar später Abgangsbund haben können also sehr vielseitige Möglichkeiten um Überlegis zu outen ja jetzt nicht mehr Alter die reicht nicht oh mein Gott dein Sturzbach jetzt kommt Trank wenn ich den Coinflip gewinnen würde wäre er tot und ich könnte auf plus 2 theoretisch weiterkämpfen hatte ich ihn outspeeded ja chat oder nein ich hatte ihn outspeeded immerhin ich glaube dann kann ich es mir erlauben anzugreifen ich denke ich muss die Chance jetzt nehmen ihn zu töten bitte ich kann nicht nochmal angreifen das geht nicht dann riskiere ich dass die ganze generation lock scheitert wir gehen in money gott dank haben wir diesen h2o absorber blizzard freeze grinden lohnt sich auch überhaupt nicht swagger alter das ist nicht wahr wie viel wie oft will ich mich noch selbst verletzen hier ich hab ne idee es müsste jetzt schnabel kommen ziemlich sicher oder zumindest nur metall klaue ok das kann mal cargo easy tanken und dann kommt bubble beam und wir kriegen mit dem h2o absorber wieder volle leben und sind nicht mehr verwirrt oder fast volle leben alter dieser dreck sandsturm ich hasse es mal gucken wie es diesmal läuft der run ist gerade fast tot alter es ist unfassbar junge haben wir darüber schon geredet dass swagger auch missen kann also angeberei zu 15% er kann sogar noch einen buff bekommen ob seinen physischen angriff zu 10% mit 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 heil klaue ap store noch swagger ja so viel leben hat wolfgang nicht trifft alles wagger ich werde nie wieder irgendwas treffen hier sollte ich vielleicht auf kugelsaat gehen jetzt weil ich auf plus 2 bin immer wieder selbst verletzt unglaublich man kann ja auch mal glück haben im podion das ist ok ne kugelsaat gefällt mir gar nicht ich glaube der spieler dann einfach entschieden dass hier zu ende ist ehrlich gesagt beteil glaube er kann auch missen by the way jetzt macht er schon gar nicht mehr save bubble beam wenn ich jetzt wechsel muss hoffen ok glück gehabt kreft angebrei wieder wenn du zu viele pokémon spiele in a row spielst kommt irgendwann ein betrugsfall kannst nichts dagegen machen ich werde jetzt hier den play machen und wolfgang opfern und money opfern und dann hoffen dass lucario das irgendwie dreht so tot nummer 19 wie krass wäre es wenn er den sandsturm chip damage genommen hätte jedes mal ne ich gehe jetzt in pascal kraft welle ja weil das angebrei missplay kommt dann rein in money warte was ist wenn er zwei hypertränke hat ok ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ob jens zwei hypertränke hat das kann ich an dem punkt eigentlich nicht wissen ich opfer hier lucas statt money ist auch ehrlich gesagt wahrscheinlich besser weil wasser brauchen wir immer eigentlich und lucas ist mehr so nische verreck einfach lucas ist ok mit lucas kann ich irgendwelche status moves spammen der kann aussetzen oh ich kann gar nicht verwirrt werden oder hat lucas irgendwelche tools gegen empoleon ne damit mache ich nur blödsinn wir machen psycho plus spam ein volltreffer alter dieses empoleon ist der übershit einfach der übershit imagine jetzt wäre speed teil gekommen sturzbach one shot ich bin gerade sehr sehr aufgeregt notuska ich denke notuska kann nichts tun gegen uns wir machen kraftwelle oh mein gott das hat es ist nur noch lächerlich es ist nur noch lächerlich er hat die fähigkeit dass man im sandsturm ausweichen kann sabo kann sich gleich mitopfern der dude hat dich so gescoutet stream sniper jens digga wenn ich jetzt sterbe sind wir wieder in pokémon gelb ich werde hier nochmal die kraft bälle probieren glaube ich okay einer fehlt noch dieser knosp okay der wird den run nicht enden oder gift puder rasierblatt bodycheck schlaf puder ich würde sagen wir machen hier einmal knochenhatz was alter er hat rasierblatt ich muss aus dem leech sie draus aber ich habe angst den schlaf puder zu wechseln aber wenn er sich traut rasierblatt zu machen dann macht er nicht safe schlaf puder vielleicht hier strategisch noch money opfern alter das ist so unfair das ist wirklich absolut lächerlich er macht alles perfekt wirklich jeden move hat irgendwie jemand mein spiel gehackt und einer von euch spielt gerade gegen mich oder der einzige move der jetzt kommen kann ist ranken heap wir können safe in pascal wechseln wir gehen für knochenhatz nochmal wir treffen bitte eine große chain eins zwei drei ja okay er misst wenn ich jetzt misse wird es richtig bitter komm eins zwei reicht das oh mein gott wir haben es geschafft alter was war das für eine arena das war ja wirklich gescriptet von A bis Z er hat alles gegen mich getroffen immer das war eine Chance zu 1 zu 1000 gefühlt 1 zu 10 1000 was zum Fick das hier war eine der lächerlichsten kämpfe die ich jemals gesehen habe Jens hätte hier fast die gesamte genlock beendet mitten im empoleon wie gesagt angeberei kann missen die verwirrungs chains können auslaufen und sie müssen nicht mal mettern das ist wirklich kein mega guter angriff und das Ding hat mich trotzdem einfach komplett zerstört Drift Zeppeli Makago und Grönx sind hier gestorben und ich kann froh sein dass ich an dem Punkt den Run weiterspielen durfte wäre nach Empoleon noch mal Legi gekommen oder so wäre ich hier einfach zerschellt und ich hätte in Pokémon Gelb weitermachen können der Todes Counter ist hier wirklich explodiert an dem Punkt aber zumindest sind Lucario und Despot nicht gestorben das war ein kleiner Lichtblick und als ich dann wieder Encountern wollte auf dem Weg zu Eusin und Hartwig hatte ich eine sehr komische Encounter Welle ich mein schaut euch das hier an ich habe einfach zwei weitere mächtige Überdrachen gefunden aber es sind halt alles unterentwickelte Pokémon gewesen natürlich kann Dragoneer zu Dragoran werden und das ist mega gut aber das passiert halt erst auf Level 55 und Knacksel entwickelt sich zwar früher bereits auf Level 48 zu Knack Krack aber das war halt auch erst mitten in der Liga Was mich hier gefreut hat war Starra Lilly weil das entwickelt sich bereits im 30er Bereich und Starraptor ist halt einfach extrem gut Als ich aber dann gegen Eusin antreten wollte der ja optional ist um den Run hier doch ein bisschen cooler zu machen hatte der hier ein erstaunlich gutes Team mal wieder denn der begann hier einfach mit einem mächtigen Mewtwo ich hatte aber Gottseidank halt Despotar dagegen wie gesagt ich kann es nur immer wieder erwähnen diese Psycho Pokémon können stellenweise wirkliche Brecher sein also sollte man Unlicht wenn es geht immer spielen aber man hat halt nicht immer Unlicht in dem Fall hatte ich aber Despotar und deswegen konnte was in der 4. Generation noch typenlos war und das kann man auch gerne mal vergessen Da der Rest dieses Kampfes aber dann recht angenehm ablief will ich doch ein bisschen was zu meinem Team sagen und zwar habe ich dann Haryama halt ins Team genommen ihr habt es eben schon gesehen ich habe Blue Bella gespielt weil ich ja zuvor einen Myrapla gefangen hatte das konnte ich über und Elektro Drache ist halt defensiv eigentlich gar nicht mal so übel und mit diesem Team konnte ich dann Eusine besiegen der noch Fleckmon und Granbull hatte und Hartwig also der nächste Arena Leiter war dann halt wieder relativ schwach aufgestellt weil der spielt ja auch mal wieder nur zwei Pokémon und ich weiß wirklich nicht warum man das nicht gebufft hat aber hey so kennen wir Gamefreak Er begann mit Raikou was ich irgendwie über Blue Bella outen wollte allerdings ist Blue Bella halt nicht gerade das beste Pokémon und ich konnte praktisch gar keinen Schaden machen Ich hatte aber zumindest Gift Bruder drauf um halt Legis beispielsweise vergiften zu können damit die auf einem Timer stehen und damit konnte ich Raikou dann langsam besiegen während ich immer weiter runter gechippt wurde Raikou hat aber dann irgendwann auch noch Brulla eingesetzt um Dragoneer ein zu wechseln und es war kein so schlechter Switch in weil das ja Elektro resistieren konnte aber das andere Pokémon von Hardwick war auch gar nicht mal so übel Denn es kam dann auch noch Don Fun rein das erste Pokémon im Run über Level 30 also das Ding hatte Intensität und das Ding hatte Intensität eine Boden Attacke die stärker sein kann als Erdbeben wenn man Pech hat Ich habe aber zunächst mal Hariyama eingewechselt für Mogel Heap um es ein bisschen anzuchippen und dann konnte ich in Mantax gehen was mal wieder immun war gegen Boden Attacken ähnlich wie gegen Groudon in Feuer Rot und dann konnte ich mit Surfer Spam Don Fun sehr effektiv entfernen um den Kampf abzuschließen Also Hartwig hat zumindest nichts gekillt Und daraufhin haben dann noch zwei weitere Orden gefehlt bevor dann das Story Finale im Radioturm beginnt und ich bin dann zunächst mal in Richtung Norbert gegangen weil er schlechter gelevelt ist als Jasmin und ich konnte noch mal einige Pokémon Encountern Aber diese Encounter Welle war eine komplette Katastrophe Ich habe wirklich überhaupt nichts gefunden und die einzigen Pokémon wie gut gewesen wären konnte ich nicht weiter entwickeln weil es Tauschentwicklungen waren Also das war leider eine komplette Enttäuschung und mein Team ist nicht besser geworden Ich habe mich aber dann dazu entschieden Elektek tatsächlich aktiv zu spielen einfach als Donner Lied und ich wusste wenn mir das halt mal wegsterben sollte ist es kein herber Verlust und bis dahin kann es guten Schaden verursachen Und auch ins Team nehmen als solides Wasser Starter Pokémon was ab der 4. Generation sogar physisch mit Wasser angreifen kann Also eigentlich auch kein so schlechtes Team Mitglied Und die Donner Strategie mit Elektek ist dann ziemlich gut aufgegangen Ich konnte zunächst mal einen Flunkiefer zerstören und dann auch noch Kapoeira Und ja Elektek hat zwar nicht die krassesten Verteidigungswerte und Kapoeira hat mir eine ganze Menge Schaden gemacht Ich konnte aber das Ding einfach two shotten und hatte schon 2 von 3 Kills in der Tasche Dann hat er als drittes noch sein Celebi rausgeholt und das war eine große Wand Es war halt mal wieder ein Legi und auch ein Ace und es hatte eine Citrobeere und potenziell mehrere Tränke Ich bin also dann erst mal auf Lucario gegangen für Zertrümmerer um seine Verteidigung zu senken was auch tatsächlich einige Male funktioniert hat aber Celebi war halt immer noch defensiv und dann bin ich in Hariyama gegangen für Mogel Heap um es nochmal anzuchippen dann auch in Blue Bella und dann irgendwann in Despotar und mit dem konnte ich dann über Biss finishen Ich konnte hier aber dankbar dafür sein dass Despotar Sandsturm einen Spezialverteidigungs Buff bekommt weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre hätte ich von Zauberblatt weggekrittet werden können also der Kampf gegen Norbert war gar nicht mal so geschenkt Doch dann ist in diesem Run hier etwas Ruhe eingekehrt Ich habe dann auch Jasmin besiegt die kein wirklich gutes Team hatte und dann dürfte ich noch ein weiteres Pokémon encountern und das war dann Lapras Kyogre und das war schon mal ziemlich erleichternd Und mit diesem Buff bin ich dann in die Rocket Story gegangen und dort hatte ich eine extrem gute Zeit Der Smorgon Trainer war kein wirklich großer Gegner für mich weil er keine so gute KI hatte und dann kam der Rivale in der Rocket Story und der hat stellenweise unterlevelte Pokémon der ist einfach nicht sonderlich stark muss man sagen Und dann war ich mal wieder kurz vor der Pokémon Liga Es hat aber noch ein bisschen was gefehlt Ich hatte dann erstmal wieder eine kleine Encounter Welle und dort habe ich zumindest eine interessante Sache gefunden und zwar Shell Terrain Und das konnte ich hier schon zu Shell Terra entwickeln Er Pflanze Boden Pokémon mit mal 4 Schwäche gegen Eis und keiner so guten Init aber es ist trotzdem ganz gut für Nazlux und ich habe es gerne mit genommen Ja und dann bin ich gegen Sandra angetreten in der letzten Arena die auch mal wieder vier Pokémon spielt und ich hatte hier stellenweise ein bisschen Schwierigkeiten mit ihren Random Trainern weil die ein paar Legis hatten Sandra selbst allerdings war kein so starker Boss dieses Mal Und dann konnte ich noch ein weiteres Pokémon Encountern Das war allerdings nur Lilieb was man zu Willier machen könnte und da hatte ich nicht wirklich Interesse dran Ja und was die Kimono Girls angeht die ich dann besiegen musste ich hatte halt Staraptor einen extrem starken Lead für so eine Situation der bei jedem einzelnen Kimono Girl direkt wieder reinkam für Bedroher also war das gar nicht mal so schwierig Potenziell kann aber auch das manchmal gefährlich sein Ich konnte mich also dann auf den Weg machen zur Siegestraße und habe meine letzten paar Encounter wahrgenommen für diesen Run und da war zumindest Schillock dabei und das ist halt marginal besser als Imperator würde ich sagen die beiden Pokémon nehmen sich nicht so viel Ich habe aber Turtok dann ins Team genommen Bevor ich dann aber bei der Liga antreten konnte musste ich noch ein letztes Mal gegen meinen Rivalen gewinnen in der Siegestraße und er hatte dann 6 Pokémon Ein bisschen ähnlich zum Berry Fight im Pokémon Platin und auch das kann ziemlich schwer sein Besonders ein Pokémon hat mir hier aber extrem geholfen Denn ich konnte erst mal Roseradeborn shotten über Staraptor aber dann kam Elevoltec rein eines der stärksten Elektro Pokémon überhaupt dort konnte ich aber mit U-Turn in Shelterra ausgewechselt in Landtouren was eiskalt im Erdbeben zugrunde gegangen ist das konnte die KI aber nicht verstehen und als dann als drittes Sonflora reinkam konnte ich Elevoltec immer weiter exploiten Ich konnte dann einfach gegen Sonflora Staraptor einwechseln und nach dem Kill habe ich predikt dass Elevoltec zurückkommt um Staraptor wieder sehr effektiv anzugreifen und dann konnte ich einfach wieder in Shelterra wechseln und wieder gratis Erdbeben drücken auf das Pokémon das dann reinkam Das war aber in dem Fall nur Visenior und der Kampf war dann schon fast gelaufen Um aber Silber dann komplett zu verarschen bin ich bei Visenior dann in Staraptor gewechselt um mit Nahkampf zu killen und sobald dann Elevoltec reinkam wollte ich das dann nochmal wiederholen doch dann ist Elevoltec drin geblieben denn sein letztes Pokémon war dann nur noch Willi was ich sowieso praktisch gar nicht werden konnte und damit habe ich bis hierhin alle Rivalenkämpfe ganz gut meistern können in Hardgold ohne dass sie wirklich gefährlich wurden Wir kommen also mal wieder zur Pokémon Liga aber dadurch dass die halt leider nicht so krass gelevelt ist konnte ich dann mein Team nicht wirklich stark verändern weil die ganzen Sudo Legendary Drachen die ich hatte alle noch nicht spielbar waren Ich habe aber zunächst mal wieder Staraptor gespielt ich denke das ist klar als sehr starker Lead mit Bedroher und so weiter und auch U-Turn und dann habe ich Lucario gespielt Ihr hattet das vielleicht schon gesehen bei den letzten paar Boss Kämpfen Ich hatte Hariyama tatsächlich aus Team geworfen um wieder die Stahl Resist zu haben Ich dachte mir allerdings es macht keinen Riesen Unterschied die Pokémon sind beide gut Ich habe aber natürlich auch weiterhin Despotar gespielt und gegen dessen Sandsturm ist Lucario halt auch immun also da gab es eine kleine Synergie sowie auch Turtok wie ich schon gesagt hatte anstelle von Impagator Ja und dann waren noch zwei Slots übrig und Vapras gespielt als zweites Wasser Pokémon Doppelt Wasser ist einfach die Meta in meinen Naslox Ich denke das hat mittlerweile jeder verstanden Und mit diesem Team wollte ich antreten gegen Willi den ersten von den Top 4 und natürlich haben auch diese Trainer mal wieder jeweils 5 Pokémon und am Ende kommt Siegfried der Champ und ich habe auch hier wieder gehofft jetzt nicht sofort ein Pokémon zu verlieren Willi ist der Erste von den Top 4 mit einem Gastrodon Okay das schreit extrem nach Sheterra sofort Okay wissen wir Bescheid Wir machen erstmal U-Turn Für ein bisschen Chip Damage Für ein bisschen viel Chip Damage Ich bin ein großer Freund von Staraptor hier und haben den ersten Kill Ist eigentlich ein sehr guter Start hier rein Magbrand Ui Okay Ja das ist Es hat natürlich Erdbeben Schwäche Aber das wollen wir nicht Bei Magbrand gehen wir würde ich sagen sofort in Frederic Ich könnte auch in Despotor gehen Aber ich will keinen permanenten Sandsturm schon wieder ertragen müssen Bitte nicht Confuse Ray auf den Switch Ich hatte gehofft es sieht den sofortigen Damage Da wir ohnehin outspeeded werden und ich dann wieder verwirrt werde Wenn ich jetzt in Despot gehe kann ich auch verwirrt hier angreifen da outspeede ich zumindest Und wir treffen sogar den Surfer Okay Vielleicht habe ich heute wieder mehr Glück Da ich natürlich nicht ansatzweise Flammen Flammen Sturm Das ist für den Resist schon einiges an Damage Wir machen Surfer Und haben zwei Kills in der Tasche Wen haben wir als nächstes Oh mein Gott nein Okay das wird ein brutales Monster werden Ich habe mein zweites Kampf Pokémon nicht mehr im Team Das wird auch in einer heftigen Level Range sein Ja Extreme Speed Hyper Voice Earth Power Ach du Scheiße Selbst Lucario wird sehr effektiv angegriffen Despota auch Wir haben Gar keinen Resist Gar Keine Chance Der hat 120 Init mit Erdkräfte outspeed und ich bin One Shot Was mache ich jetzt Digga Ja ist ja schön und gut dass Sabo hier ein zwei Hits überlebt gegen Earth Power Aber was soll Sabo denn einsetzen Der hat 120 Defense auf allen Werten Plus 120 KP Ich denke wir sind tot hier ehrlich gesagt mit dem Team ist es kaum besiegbar Akios ist mit das schlimmste Überlig Ehrlich gesagt schlimmer gegen Darkrai hätte ich Kampf gegen Kyogre und Palkia habe ich Jenny ich habe eigentlich gegen alles was gegen Rayquaza gegen Groudon habe ich auch outs aber gegen Akios habe ich nichts Die einzige Sache die ich tun kann ist jetzt hier auf eine Two Shot zu hoffen Wir gehen für Surfer für den größten möglichen konstanten Schaden Es kommt Erdanziehung Okay das ist Lucky Dann haben wir Chip Damage Ich kann halt leider nicht ein wechseln also ich muss leider Turtok opfern aber das ist okay Dann halt doch ohne Turtok in die Liga Boah ich werde so geklappt von dem Move ne ist krass Surfer Er trägt halt auch noch eine Beere Das ist so dreist Ich muss jetzt hoffen am besten Range zu überleben Loll er geht raus Weil er H2O Absorber spielt Okay jetzt wird's jetzt wird's ganz weird Oh das wird ein richtig merkwürdiger Fight Wir müssen jetzt Quapo so töten dass wir gut positioniert vom nächsten Pokémon stehen Wir gehen hier würde ich sagen erstmal für die Erholung Hier ist klar Er macht Überroller Ja aber das ist halt auch stark ne Okay wir machen jetzt ein wildes Play Ich gehe auf Tobias Wir gehen für Leech Seed Okay Wir gehen vielleicht für Leech Seed Überroller Wir tragen hier die Citro Bären und nicht die Maron Bären weil wir Okay weil wir auf jeden Fall mehr AKP haben wollten Vielleicht sollte ich zu Maron Bären wieder wechseln So Muss man bei Erholung immer abwägen im Moveset Und dann rüber auf Frederik und jetzt irgendwie uns so positionieren dass wenn Arceus reinkommt Frederik wach ist mit vollem Leben Quappo soll bitte kontrolliert sterben Ich werde noch eine Runde schlafen Ich kann Quappo aber auch heilen über H2O Absorber Das macht es noch komplizierter Ich kann Quappo gegenheilen wenn ich möchte Ach ja das ist das ist funny Er wird wohl Heilung spielen aber falls er keine Heilung spielt hätte ich ein Problem Außer ich kille ihn mit Blizzard Okay Und jetzt hoffen wir erstmal auf Misses von ihm drücken ein bisschen Lichtkanone das ist ein bisschen tryhard gerade aber egal Er misst eine Hypnose nice 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 Wenn ich jetzt Blizzard Mache stirbt er im Leech Seed und ich müsste mit Leech Seed auf ungefähr über 70 KP kommen oder wobei das wäre Missplay Lichtkanone macht weniger Chip und dann kriege ich mehr Recover und wenn es dann nicht reicht mit Leech Seed kann ich aber einfach finishen nächste Runde weil ich outspeede das ist das bestmögliche Play Jetzt müsste nach Überrolle noch genug KP der eine den ich hätte krippen dürfen ok er hat im perfekten Moment gekriptet das bringt uns glaube ich komplett um das hat alles zerstört außer es kommt Palim Palim als nächstes rein und nicht Arceus aber jetzt kann Sabo die Rolle vom Vorschwächen übernehmen weil Sabo hat keine Mafia Schwäche gegen Kampf jetzt kann Sabo mit Crunch töten und Arceus steht da ist schon angechippt und steht ganz weird von dem Despot im Sandsturm oh das sieht sehr gut aus Bodyguard Nummer 1 Palim Palim ich hätte mich ja angechippt Sandsturm tobt Arceus ist wieder da jetzt wird spannend kriegen wir ihn down wir haben auf jeden Fall erhöhtes Bad Staff ich die Bodenschwäche haben das erstaunlich klug von Willi ob es eigentlich keinen Sinn ergibt aus KI Perspektive ok das ist ziemlich Big Brain gewesen jetzt kann ich nicht mehr safe in Staraptor wechseln Alter mehr Plot Twists als in Attack on Titan gerade Wieso hat der Gravity gemacht ich bin doch ich bin doch schwach gegen Boden ich muss jetzt hoffen dass es vielleicht reicht mit Range aber es ist kein gutes Play ich habe aber kein anderes Staraptor kann ich nicht ein wechseln wie viel macht die Erdkräfte was so wenig oh mein Gott ok wir haben es glaube ich ja das reicht obviously nicht waren wir sicher aber hätte sein können es wird jetzt sehr sehr knapp werden mit Despotar nochmal die ganze Lebensleiste abzuziehen wenn wir einmal gecritet werden ist sofort vorbei oh wir kriegen den Verteidigungs Drop ok das war's lucky 10% Leech Seed hätte sich nicht gelohnt mit Shatterra jetzt nochmal rauszulegen kein Crit Gott sei Dank werden in die Beere gehauen ich sehe leider keinen safen Weg wie wir killen können ohne Crit zu riskieren bitte Crit nicht das Butter tot ok ich weiß nicht wie aber wir haben das geschafft oh mein Gott das war das war ein kranker kranker Start in die Liga aber ohne Tode zero zero death danke dass du gewechselt bist Willi ich hatte es geschafft Gott zu besiegen beim ersten Kampf der Pokémon Liga und Arceus ist wirklich übermächtig 720er Basiswertsumme und 120 Punkte auf jedem Wert das Ding ist komplett game breaking aber ich habe es nach etlichem hin und her überlegen und viel viel Trickserei geschafft das Ding zu killen ohne Pokémon zu verlieren wer hätte gedacht dass das überhaupt möglich ist aber es hat irgendwie geklappt ich muss aber an der Stelle festhalten mit Tariyama hätte das besser klappen können und ich wusste halt nachdem ich das hinbekommen hatte ich habe eine echte Chance Gen 4 zu schaffen aber Pokémon Hard Gold war halt noch lange nicht zu Ende Der zweite Top 4 Trainer war dann aber Koga und der Kampf ist lustig im Randomizer Denn er spielt auf einem seiner Pokémon Gift Schleim und wenn er im Randomizer sein Pokémon bekommen sollte auf dem Slot was nicht Typ Gift ist dann kann das jedem Spieler tatsächlich helfen und das ist schon witzig Zunächst mal hatte Koga einen Rotom und er wollte sofort wieder anstrengend werden mit Doppelteam ich konnte aber U-Turn machen mit Staraptor und eine Despota wechseln und ich habe dann sofort in der ersten Runde getroffen um mir gar nichts eskalieren zu lassen da hatte ich Glück aber sein restliches Team war auch nicht übel es kam dann Visaflor Gegner werden können ich habe aber mit Staraptor einfach outspeedet und über Fliegen gewoneshotted zusammen mit dem Sandsturm weil Staraptor halt einfach ziemlich stark ist Und dann kam ein sehr merkwürdiges Zuhi-kun rein und das ist so ein Legi was stellenweise auf manchen Level wirklich gute Move Sets haben kann also Bubble Beam und Raindance oder so aber auf diesem Level hier hatte es Windstoß und Aurora Beam und so was halt nicht wirklich stark war Allerdings hat dann auch mein Lucario beispielsweise nicht ultra viel Schaden gemacht und der Kill hat sich ein bisschen hingezogen Der Sandsturm konnte allerdings so ein bisschen helfen und dann habe ich irgendwann gefinisht über Nahkampf um das Ding halt endgültig los zu werden Mein Lapras Medonna allerdings wollte ich hier schonen für den Fall da muss man vorsichtig sein und auch noch ein Bedroher Tauros und ob er nicht dann mit Lucario lieber rausgewechselt weil es zu eng wurde ich konnte aber dann in Despotar gehen Leider hatte aber Tauros auch noch Angeberei um mal wieder extrem anstrengend zu sein er konnte aber hier nicht den Jens machen und mich komplett verarschen Despotar hat den Kill also hinbekommen und ich aber ich hatte halt Nahkampf der Raptor vorne und dann kam noch Melanie die normalerweise und ich Pokémon trainiert und die hatte hier so Pokémon wie Ikognito da hatte ich mal wieder sehr großes Glück mit den Randomizer Gegnern aber es kann halt auch anders laufen das bedeutet aber ich konnte Siegfried erreichen mit einem vollen Pokémon Team was natürlich nicht selbstverständlich war weil Akios hätte definitiv weit mehr als ein Team Mitglied killen können aber dazu kam es halt nicht ich hatte also erneut ein faires 6 gegen 6 der nächste Siegfried schon der dritte in dieser Generation Naslock mit einem Schwalboss ich hab den besseren Vogel ich hab den größeren Siegfried Return Aerial Ace Oh du hast den No Chance Nächster Meganie Ok Sehr starker Start Nina machte keine Gefangenen mehr Nachdem Akios war die Liga gelaufen gefühlt Siegfried hat schon aufgegeben Er hatte schon keinen Bock mehr als er Nina gesehen hat glaube ich Oh Lock Duft Ok Die Blitzkanone Komm Chat Return Fliegen Oder Return Return Je nachdem wie viel Schaden wir jetzt machen Reicht nicht Save Dann machen wir so 2-0 gegen Siegfried Das sieht sehr nach Postgame gerade aus Siegfried hat einfach nicht die Synthia Ausstrahlung irgendwie Oh Entei Der kann ziemlich nervig werden mit Angeberei Wir machen U-Turn into Turtok I guess Sabo würde auch gehen aber der will nicht geswagert werden Er würde sich hart selbst verletzen und ich will nicht wieder einen verbrannten Sabo haben Och nee komm Eigentlich will ich auch nicht im Sandsturm spielen aber jetzt habe ich keine Beine Wobei selbes Problem wieder wenn ich den Sabo wechsle kommt nur wieder Swagger Nee komm Rauf da Flammenwurf Surfer und wir kritten ihn tot das hat gemattert der hätte safe nicht gereicht okay Panferno Ui der ist stark und ich bin leider noch verwirrt ich denke das einzig logische Play ist hier Frederic zu riskieren Staraptor Bedroher ist dämlich wenn Staraptor weggekrittet wird das würde mir so viel mehr schaden ist hier nur ein Coin Flip das wir killen ah okay haben wir Glück das ist sehr lucky fight das tut mir leid Siegfried das war das war unlucky für ihn auf vielen Ebenen schluck weg jetzt hat er keinen Bock mehr okay danach hätte ich auch keinen Bock mehr an sich hat er gar kein übles Team aber ich verarsche ihn gerade komplett man vergift diese Gift Immunität gerne mal weil das selten eine Rolle spielt Gehorter nervt okay das Problem ist Horter geht hoch auf eine Basisstärke von 300 oder so aber wird halt resisted kann das gefährlich werden ich fürchte leider wenn er komplett auflädt und dann Split up macht und damit krittet ist jeder tot also kann ich auch genauso gut drauf hauen im Zweifel ist halt Pascal tot das wäre noch verkraftbar und dann die kleinen Flint Chancen hier sind auch nett okay ein bisschen frech mein Glück gerade oder also Verzehrer ja okay das wird so nix warte mal ich mach was anderes oh das kann sogar Kloakensauce haben das ist ja lustig geworden Erdbeben hat das richtige Play und es kommt Usaring wir müssen ein bisschen aufpassen er hat Slash Crit und er hat leider Erholung Spam aber das bringt ihm nichts gegen Lucario damit ist die Liga gewonnen ohne Tode wir haben trotz diesem Arceus nichts verloren gar nichts das ist insane dass wir dieses Arceus umspielen konnten war absolut crazy und das obwohl Generation 4 echt beschissen lief also Hard Gold war eine Katastrophe von Anfang bis Ende aber jetzt kommt noch das gesamte Postgame wir sind noch nicht durch und wir machen alle Bosse Siegfried hatte hier auch mal wieder ein echt stabiles Team und vor allem sein Panferno hätte sehr gefährlich werden können für Despota oder auch Lapras wenn Arceus ein paar Pokémon gekillt hätte Ja aber so konnte Siegfried ebenfalls schlagen um im ersten Versuch der Gen-Doc auch die Hard Gold Liga einfach komplett abzuschließen Ja aber ich habe es ja jetzt schon diverse Male angeteasert Hard Gold war noch lange nicht zu Ende denn es kam jetzt halt noch das gesamte Postgame mit Kanto und Trainer Rot und wie gesagt in Pokémon Hard Gold sind diese Bosskämpfe auch gar gar nicht so schlecht gelevelt und ich hatte wegen meinem Ruleset jetzt keine weiteren Encounter mehr und ich werde mich natürlich für dieses Video hier auf die Highlights fokussieren aber die gab es halt auch ich habe die Bosskämpfe in der Reihenfolge gemacht wie die Levelkurve das halt so ein bisschen vorgibt und zunächst mal war Janina dran und die ist noch unter levelt die war kein Gegner aber dann kam Majawob mit immerhin 5 Pokémon und er konnte ein bisschen was und dann kam Misty ich habe aber alle drei ganz gut besiegen können noch ohne Verluste das war soweit in Ordnung aber dann musste ich das hat Renkeschmied mit Stafette an ein Lugia weitergegeben was mich dann umgebracht hat das war bei meiner allerersten Hard Gold Naslog ein Trauma was ich nie verarbeiten konnte Return das war einer der lustigsten Stream Momente ever ich hatte mich über das Minun lustig gemacht und dann ist das passiert Cresedia er mag scheinbar Legis der hat Aurora Beam aber das ist kein so starker Move ich denke ich mache sogar Return hier weil er dann weniger Zeit hat auf Seah zu gehen könnte sich rechnen ich mache hier wirklich gar keinen Schaden bin nicht Crit Range oder hätte mich auch gewundert man hat ein bisschen mehr Schaden gemacht als ich dachte ok dann gehen wir jetzt in U-Turn und jetzt könnte eine angenehme Heel Range kommen die aber Desportal komplett exploiten kann ja das war eigentlich gut der macht jetzt gar keinen Schaden mehr im Sandsturm gar keine Chance nur der Dance ist wie Heilopfer Anwender geht drauf und das Mon das war reinkommt kriegt quasi eine Top Genesung das ist cool ich mag so besondere Gimmick Moves bin sehr gespannt wie viel Schaden ein defensives Cresselia von Knirscher nimmt bei Despotar ist eins der stärksten Pokémon im Game und Krunt ist sogar Step boah Cresselia ist echt ein Monster gut dass es ein Randomizer scheinbar doch kein Combined hat das wäre fast nicht mehr tot zu kriegen sieht man aber auch wirklich selten also irgendwie habe ich das extrem selten als Gegner ist ja nicht unwahrscheinlicher als Groudon oder so man sieht immer Groudon Kyoko und so Welsa Cresselia ist eins der defensivsten Pokémon die existieren bis heute Erdbeben ich liebe die Legis aus Gen 4 irgendwie sind die alle irgendwie cool selbst Cresselia was eher so ein bisschen underrated ist ist was besonderes finde ich 120 120 130 das ist defensiver als Arceus defensiver als Arceus ist schon krass oh da war der 8 fache Damage ok Plus Step oh mein Gott Rocco ist im Karrierebeendigungsmodus was ist dieses Moveset der hat von Tränen 150er Basis ich denke der will jeden One-Shot und alle tot 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 alle alle tot was zum Fick man 8 Level drüber hat es dann auch noch Comind das hat Ice Beam als Coverage kann mit Wasserring noch Tankier werden stellenweise Tränke benutzen in Bosskämpfen gut dass wir Jenny gefunden haben oh mein Gott Jenny ist halt das eine wirklich Cleaner Out Landtouren hätte schon echt Schwierigkeiten ne Donner trifft immer und deswegen spielen wir Donner da haben wir Kyoga in der Gen-Log mal besiegt ist das nicht schön und die Paralyse rein und deswegen ist Jenny der beste Encounter der möglich ist in einer Z-Log in Gen 4 ohne Diskussionen achso und Omni-Boosten kann er natürlich auch und damit sogar Jenny sehr effektiv treffen aber das Meta zu 90% nicht so sehr aber dadurch ist selbst Jenny nicht ganz sicher krass Cresselia und Kyogre das ist warum in Marokko und Mio auch noch was Alter was ist denn los ok da kann Omni-Boosten und mit Metronomen Kampfattacken gegen Sabo auslösen ja aber die anderen haben ähnliche Probleme generell 3x4 Schwächen im Team bitte kein Wuchtschlag oder Kreuzheap oder Überroller könnte schon reichen immerhin Safe-Switch Crunch und es geht los ok ist der gerade Typ normal geworden der hat seine Schwäche der hat seine Schwäche gelöscht aber ich habe ihn gekrittet ok noch einmal Glück haben bitte keine Kampfattacke Raumschlag was ist denn hier los ok irgendwie war das der schlechteste Raumschlag der Welt ich habe keinen Plan was hier abgeht achso speziell ohne Step natürlich und wir sind im Sandsturm ja ok jetzt hätte vom Palkian natürlich mehr gesessen was zum Fick war das jetzt alter Rocko ich kann es nur immer wieder sagen aber es ist extrem wichtig Kyogre ist eines der schlimmsten Pokémon die man facen kann wenn Kyogre da ist und man hat keinen Out ist man immer 6-0 und hat einfach verloren wenn das Ding mit Call and Mind set upen kann oder einfach extrem starke Wasserattacken im Regen zündet und dann auch Ice Beam als Coverage hat dann muss man beten sowas wie Lapras zu spielen oder zumindest Landtouren oder Kapaloris oder so und in dem Fall war es seit Lapras mit Donner was den Tag gerettet hat aber dass dieses Pokémon also Kyogre bereits in Gen 3 existiert hat auf diesem Power Level ist komplett absurd das war in der dritten Generation mit nichts anderem vergleichbar und komplett übermächtig aber ich hab's hier besiegen können aber auch das restliche Team von Rocko war hier ziemlich mächtig die nächsten beiden Arenen waren dann aber wieder leichter denn es kam zunächst mal Sabrina die nur 3 Pokémon gespielt hat und dann Erika die zwar 4 hatte aber die sind nicht wirklich stark ausgefallen dann ging es jedoch weiter auf der Zinnoberinsel mit Pyro und der spielt ähnlich wie Sabrina auch nur 3 Pokémon aber der war dann deutlich stärker und spannender Zunächst mal hatte er ein Seedra King mit Drachentanz und ich dachte eigentlich dass er sich da rein verrennen wird gleich mehrfach allerdings kam in der zweiten Runde dann Hydro Pumpe und das Ding hätte theoretisch zu 6% mein Staraptor wegritten können was durchaus ein herber Verlust gewesen wäre da hätte ich vielleicht eher spitchen sollen das Hauptproblem aber war sein Ace weil das war einfach schon wieder ein Staraptor jetzt mal wieder auf der Gegenseite und das wollte wieder Sturzflug spammen und ich hab mich dann dazu entschieden alles klar ich hab extrem gute Teammitglieder und das einzige was in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht hat war Lucario und ich hab mich dann dazu entschieden meinen Starter tatsächlich wegzuschmeißen und es kam eiskalt der Crit und dann konnte ich zwar finishen ohne große Schwierigkeiten über Knackrack aber man sieht hier schon ein Crit hätte Knackrack potenziell gewoneshottet zumindest mit Range also hier das sichere Opfer zu spielen war denke ich ne extrem gute Entscheidung und das letzte Pokémon war dann noch Arcani was ja auch nicht so übel ist unter anderem mit Turbo Tempo aber dort kann ich dann noch in Despota wechseln um mit Erdbeben den Kampf hier zu Ende zu führen und dann wurden zwar noch ein paar Tränke gespampt aber die haben nicht wirklich gemettert ich hab mich aber dann entschieden nach diesem Fight hier das tote Lucario durch Brutalanda zu ersetzen und das hatte ich eigentlich nicht spielen wollen da ich somit jetzt 3x4 Schwächen gegen Ice im Team hatte ja aber es war an dem Punkt meine beste Option also habe ich darauf zurückgegriffen und als ich dann mit einem halben Team aus Pseudo Legendaries gegen Blau antreten wollte habe ich den komplett zerstört man muss aber hier auch dazu erwähnen der spielt stellenweise wirklich große Level Ausreißer ähnlich wie wir es in Feuerrot hatten und deswegen war der stellenweise sogar unterlevelt eigentlich kein so optimaler Bosskampf das wahre Finale von Pokemon Heartgold ist aber natürlich das auf dem Silberberg beim Kampf gegen Trainer Rot und das ist mit gigantischem Abstand der stärkste Trainer der gesamten vierten Generation der spielt hier 6 Pokemon im gehobenen 70er Bereich und er kämpft im permanenten Hagelsturm eine Herausforderung von Trainer Rot ein faires 6 gegen 6 und er hat einen Lunar Stein ok ok Lunar Stein kann tatsächlich Explosion einsetzen würde aber vermutlich eher Seher oder Psychic drücken wir machen New Turn leider wieder kein Sweep mit Staraptor das war stabiler Chip Damage würde ich sagen wir gehen in Sabo damit ist der Hagelsturm weg kommt vielleicht die Sprengung nein? ok perfekte erste Runde jetzt fahren wir unsere Strategie was das Wetter angeht und da ist die Explosion ist ok die macht nicht allzu viel guter Start da waren es noch 5 in Generation 4 und Fiona kommt als nächstes ok tatsächlich hat Fiona kein Move gegen Lapras das heißt wir können hier ein Play machen ich gehe in H2O Absorber und predikte dann einen Switch von der KI ok aber erst nächste Runde ja diese Runde Thunder falls wir outspeedet werden perfekt Donner Chip Damage ist free sollte aber nicht killen ohne Crit boah das war stabiler Schaden ohne Crit so und weil er jetzt kein Out hat wird er wechseln vermutlich oder er nutzt jetzt die Heilung das kann man jetzt nicht so genau sagen wir nehmen einfach Surfer gegen Unbekannt würde ich sagen oder Ice Beam gegen Unbekannt ich mache Ice Beam gegen Unbekannt weil das gefährlichste was kommen kann sind Überdrachen wie die Legendären ok er nimmt den Trank ich denke aber dass er jetzt switchen wird dann ist das Heilen ihm wichtiger als das überhaupt angreifen können ok er muss Prioritäten setzen er bleibt drin aber why hat er kein Switch in achso er wollte das Wetter unbedingt weg haben ja ok das ist ja dann mache ich Surfer im dann mache ich Surfer im Regen Wasserring will er auch noch Setupen ich wollte eigentlich Angleifen gegen Unbekannt aber wenn er hier nicht raus switcht normalerweise wechselt die KI wenn sie keinen Move hat jetzt ist er im Crypt gestorben ja whatever ok das war weird Trainer Rot lässt sich nicht verarschen scheinbar aber jetzt regnet es für Labras gegen ein Groink ok Groink ist nicht stark wir kämpfen trotzdem Regen aber nicht weiter mit Labras wir wollen auf der einen Seite unseren Sandstorm fast schon wieder haben dieses Mal und auf der anderen Seite möchte ich nicht dass Labras vorgeschwächt wird ah hat Juwelenkraft deswegen das Switch in Crunch der kann nichts gegen uns der hat kein Moveset also der hat ein gutes Moveset aber der ist kein gefährliches Pokémon Psychic und so ist irrelevant finde ich aber cool dass er Power Gem als Karpovich hat er hat auch Payback und Bounce theoretisch Octillery Octillery mit der Omega Coverage war kein so angenehmer Gegner eigentlich ich muss in dem Fall wohl in Jenny gehen Ampeleuchte aber ist jetzt auch nicht tragisch sein Stumm tobt jetzt muss ich Labras leider anschippen lassen ich hoffe dass keins von den Überlegis mehr kommt die Labras eigentlich besiegen sollte Donner daneben jetzt wird's kacke mit ausfringen so langsam aber die Bäre kommt noch Dragon Pulse würde leider zu wenig machen ok wir treffen roter Bereich ja ok ausfringen jetzt kommt Potion von ihm was recht nervig ist tatsächlich und Crit auch noch ok ah das wird knapp für Labras das wird sehr knapp für Labras Donner daneben alter ja ich fürchte dass leider jetzt hier Labras stirbt ok wir treffen zumindest Donner das ist Lucky ja Octillery ist gefährlich ich habe leider extreme Eisschwäche halt disrespected mit der Ampelleuchte das kommt halt wieder Heal Range ne oh mein Gott wir leben noch das ist gar nicht so gut dass wir hier überlebt haben weil jetzt kriegen wir keine zwei Hits gratis mit dem nächsten Pokémon raus es wäre besser wenn wir gestorben wären ich überlege gerade ob vielleicht Drachenpuls Chip besser ist ich denke ich gehe für den safe Chip Damage hier oh mein Gott wir killen ich dachte er nimmt noch eine Potion ok dann sterben wir beide ist ok ist ok dann kann ich wieder mit Staraptor mich rein positionieren ist mir recht ist ein netter Trade wir gehen rein in Nina und sind wieder da mit U-Turn und Bedroher gegen Rayquaza Jenny ist tot Jenny ist tot Dragon Dance fuck der Run endet vielleicht das ist ultimative Ultra Out Jenny ist tot der Dragon Dance Extreme Speed oder Hyper Beam Extreme Speed Fly Dragon Dance fuck er ist aber auf minus 1 und Sabo resistiert alles ich kann was opfern und dann in Sabo gehen wir gehen erstmal für konstanten Damage ok wir speeden aber das mettert nicht so sehr weil er später mit Extreme Speed auch nerven kann 50% ist aber stark er macht keinen Dragon Dance warte ich kann Fliegen drücken ich kann Fliegen drücken und dann geht sein Fliegen daneben er wird geschickt durch Sandsturm ah ne wird er nicht quatsch durch seine Fähigkeit es reicht halt nicht ne ne aber er macht es wieder er ist tot oh mein Gott oh mein Gott jetzt muss ich nur noch treffen was Alter wer cheated okay er cheated wenn er jetzt wenn ich jetzt misse ey ist ja so lächerlich okay dann Sturm tobt wir gehen für jetzt wieder Return boah das wäre quasi outspeeden mit Nina Nina hält diesen Run so sehr zusammen jetzt kommt Dragon Dance okay wenn jetzt nochmal boah was ist wenn er jetzt noch einen Trank nimmt dann hört der Spaß aber ganz schnell auf wir machen hier aber wieder Return okay jetzt macht er Fliegen wieder aber jetzt werden wir leider gehittet ja aber jetzt wir sterben nicht wir sterben nicht ne es geht nicht selbst Crit wir haben gewonnen save oder wir haben save gewonnen reicht Fliegen Crit auf neutral boah und wieder gereicht hätte alter requaser ist ein monster aber er ist tot okay trainer hat es nicht perfekt gemacht das hätte sehr viel gruseliger sein können aber doppel bedroher mettert hier auch extrem aber das war es noch nicht er hat noch ein Pokémon aber Granbull okay wir haben es geschafft puh ich gehe hier nicht für Nahkampf wir gehen auf U-Turn noch mal der Puls hoch gegangen ja ja Trainer Rot geht nie so ganz ohne Kampf genauso wie Cynthia quasi einprogrammiert in die irgendwie bodycheck crit ist halt immer so eine Sache bei Granbull kann sein dass jetzt noch jemand stirbt rein theoretisch wir sind im first try in der fünften generation das ist geil es ist halt wie im Uber requaser ist mit Dragon Dance halt er ist richtig gefährlich weil Speed und Detect zu erhöhen das ist halt es gibt einen Grund warum das schon immer in my Nasox verboten ist schon bevor die anderen Boost Moves verboten wurden bei Dragon Dance an sich verboten wenn du immer outspeed ist und immer gewonnen shotted wirst machst du halt nichts damit gewinnen gewinnen generation 1 bis 4 im ersten versuch und kommen zum generation 5 early game was absolut zum kotzen sein kann weil man leider fast keine encounter kriegt einfach unglaublich dieser Kampf oder erster Trainer rollt meinen Lapras getötet mit Octillery was dann einfach ein sinnvolles Opfer war und damit kam es zum 22 Tod der Genlock und dann drückte mir eiskalt ein Drachentanz Rayquaza rein nachdem ich bereits Kyogre und Arceus und alles mögliche besiegt hatte in diesem Run um irgendwie durch zu kommen ich habe aber auch das schlagen können und ich jetzt die gesamte vierte Generation abgeschlossen im ersten Versuch der Genlock das war niemals geplant gewesen ich hatte einen unglaublichen Versuch und ihr habt ja gesehen dass ich bis zu diesem Zeitpunkt hier schon etliche Male fast down gegangen wäre es kam aber nie ganz dazu und damit bin ich dann in die fünfte Generation eingezogen und es begann mit Schwarz 1 Ja und was soll ich sagen Freunde ab Gen 5 wurde die gesamte Genlock um ein Vielfaches schwieriger und es ist nur noch komplett eskaliert Alles was ihr bis zu diesem Zeitpunkt gesehen habt war ein Witz ein erbärmlicher Witz dagegen was ab der nächsten Folge beginnen wird Ja aber ihr habt schon gehört diese Folge hier ist zu Ende Ich denke auch diese Folge hier war jetzt lange genug aber die nächste Folge Ich bedanke mich riesig fürs Zuschauen Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen und ihr könnt mir auch sehr gerne auf Twitch folgen wo ich diese Run Serie live erspiele also auch die Gen Log im nächsten Frühjahr mal wieder oder halt auf YouTube live mittlerweile wie gesagt da bin ich jetzt auch am Start gut aber dann würde ich sagen sehen wir uns bald in Folge 4 Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon Spender ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben wie wir sie gewohnt sind deswegen riesiges Dankeschön an euch und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard links ist mein Yu-Gi-Oh Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates deswegen schaut mal rein bis bald Tschüss